So Leute, ich bin jetzt live, ihr könnt gerne reinkommen, und ihr könnt gerne mit spielen, wenn ihr mir das letzte Short nennt. Hi Master Malte, kannst du sprechen? Ja. Sehr gut, ich bin gerade live. Hast du dann zufällig gesehen, was die Teilnahmebedingungen sind? Warte mal. Ich glaube, ich kenne es. Hi Maximilian, an dich auch dieselbe Frage, gerade live? Ja. Was ist mein letztes Short? Warte, ich muss kurz gucken. Ich kann es sagen. Ich habe da sogar in den Chat geschrieben. Hi King Paulus, wie geht es dir? Ja. Warte, ich komme auch gleich. Hallo. Schön, dass du da bist, Herr Paulus. Du bist heute Abend live, ne King Paulus? Leute, ihr könnt gerne mal KP-90 abchecken. Dein letztes Short war, wo du Superhelden-Skin gespielt hast und den Win mit einer 1v2 war das. Stimmt, du bist dabei. Wer hat das jetzt gerade gesagt? Master Malte, ne? Ja. Sehr gut. Tatsächlich, wenn ihr das ganze Video kennen würdet, also das war sogar eigentlich ein Viererteam, und ich hätte im Leben nicht gedacht, also ich hätte auch nicht so wirklich viel Energie mehr, dann hätte ich im Leben nicht gedacht, dass das irgendwie klappt. Aber, ähm, es hat funktioniert, ja. Spaß gemacht. Mal eine coole Runde. Irgendwann, glaube ich, kann ich die auch mal, stelle ich mal die ganze Runde rein. Ich habe die, glaube ich, drauf. Glaube ich gesichert. Ja. Ich bin im Augenblick. Ich strebe bei jemand anderem einen Kurzfall. Ja. Ja. Ich glaube, ich bin dem Leben nicht mehr. Was warst du heute? Ich? Ja. Also wir haben nach dem Geschäft und wir haben was nach Haus gehen, oder so. Hallo, Sven. Ja, ich höre dich. Äh, Dings, ich muss jetzt an YouTube rein. Ich komme gleich. Ja. Ich verlasse gleich. Ich verlasse jetzt und dann komme ich jetzt gleich wieder, okay? Okay. Was ist denn hier los? Was ist denn mit euch los? Ich gehe freiwillig kurz raus, um dann wieder zu kommen. Ja, wie? Dann kannst du mir vielleicht auch noch das letzte Short sagen, oder was ich da anhabe in meinem letzten Short. Meine Teilnahme, der King Paulus. Ist heute Abend live, ja? Hat er gerade geschrieben. Ich habe ihn ja auch geschrieben. Bist du gerade in meinem Live? Also ich schaue gerade nicht deinen Stream, weil das geht ja immer nach. Aber mein letztes Short hast du gesehen? Weil ich habe gesagt, deine Bedingungen sind quasi das letzte Short zu schauen. Kann sein, ja. Guck mal bitte nach, da würde ich mich sehr freuen, wenn du das mal schaust, likest und kommentierest vielleicht sogar. Weil das ist eure Challenge jetzt immer so für mich an euch. Einfach das letzte Short. Ja, da muss ich bei meiner Mutter aufs Handy gehen, weil... Mach das. Ich lasse dir die Zeit. Ja, ich mach dann noch. Wenn ich wieder bei meiner Mutter aufs Handy komme. Gelb bald kommt ja, ähm, das Update. Ja, heute sind schon neue Aufgaben jetzt drauf, ne? War nicht heute das Update auch? Ja. Ähm, nein. Dieses Korra-Update, da habe ich jetzt den, ähm, Ladesprinther. Hi. Wie geht's? Sehr gut. Und dir? Bist du auch gerade zufällig im Live und hast gesehen, was die Teilnahmebedingungen sind? Nein, tut mir leid. Ich bin gerade ganz freundlich. Achso, also die Teilnahmebedingungen sind ganz leicht. Einfach nur mein letztes Short schauen, mir sagen, wie kann. Seid ihr dabei. Hör das. Hör das. Es ist ein Freund von mir. Äh, wenn du einfach Leute hier reinlässt, ne? Dann sind es nur auf einmal fünf Leute. Das muss dir klar sein. Äh, bei Vincent, was machst du? Ja, das ist jetzt ein Problem. Also ich bin auch privat. Vincent, ich gebe dir eine andere Kupreche. Ja. Also wie, dann kannst du jetzt aussetzen, ne? Weil du hast ja gerade einen reingelassen, jetzt sind wir zu fünf. Ja, er ist jetzt. Ach, was du Glück gehabt. Aber nicht einfach irgendjemand reinlassen. Weißt dein Kumpel, dass wir live sind? Äh, nein, glaube ich. Jetzt weiß er es. Also du bist live. Ja, ja. Wie kann er denn reden? Hä, wo ist er hin? Ach, er ist jetzt raus. Ja, er ist jetzt raus. Ja, ja. Sven? Ja. Kann ich nächste Runde mit meinem Freund wieder mal spielen? Ja, kannst du machen. Wer hat es gerade gesagt? Ähm, ich. Wiesel. Ah, okay. Ja, dann macht das so. Dann wird die Kuppel verlassen. Dann macht das so. Wie heißt dein Freund? Wie heißt dein Freund? Ähm, Joll. Joll, 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 Joll. Ich habe es nicht verstanden, sag nochmal. Joll, 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 Joll. Ach, genau. Ach, genau. Also Wiese und Joll, 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 Joll. Wenn ich schreib mir, ist das nicht vergessen. Ein Komm und Ehen hier. Ich glaube, jetzt kannst du deinen Kumpel wieder reinlassen. Ich, ich? Ja. Ja. Bist du eher freiwillig gegangen oder hast du ihn wieder rausgenommen? Er ist freiwillig. Oh fuck. Hin, her, hin, her. Hat King Joke mir jetzt schon gesagt, dass ich mein letztes Wort war? Oh, da muss ich mal gucken. Ja, da muss ich gucken. Mal gucken, ob wir irgendwann hinkriegen, dass ich den Stream zu starten und zu spielen. Ich lasse jetzt Maximilian rein. Dann sind wir voll jetzt, dann guck mal. Ich hab nicht mal eben gestummt. Okay. Äh. Ich sag's, wie heißt denn jetzt so vor? Ja. Wie heißt das? Du warst, sei ziemlich gestorben, du warst mit Vogeln. Dann bist du wohl gestorben mit der Vogel? Ja. Dann hast du die Gegners platt gemacht, die vier. Dann hast du den AP-Schutz-Sieg geholt. Ja, tatsächlich waren das jetzt nur noch zwei, aber vorher waren es noch mal zwei. Also es waren eigentlich vier, ja. Ja, ja. Und ich hätte nicht gedacht, dass, also ich war schon mal angeschossen und alles. Ich hab mir das angeschossen und hab dann ein Like da gelassen. Ich stell das bald mal als ganzes Video rein. Dann könnt ihr das ja auch gerne mal gucken. Mal gucken, ob er die Stelle wieder findet. Ist ja nicht schwer wieder zu finden, ne? Ja. 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 War ja höchstwahrscheinlich am Ende. Ja. King Joke, drückst du noch Start? King Joke. King Paulus, wenn ich das anpinne, wenn ich das anpinne, dann ist mein anderer Pin weg. Mit diesem, lass mal ein Like und ein Kommentar da. Ja. Ja. Soweit ich das weiß, kann ich nur eins anpinne, dann ist das ein bisschen blöd. Simon? Mhm. Wenn du immer online bist, bist du dann immer live? Fast immer, ja. Warte mal, ich muss mal gerade lesen, was der King Paulus geschrieben hat. Was heute Abend später? Was für neue Sachen holst du dir, King Paulus? Okay. Er will die Sachen freispielen. Ja, aber es gibt ja jetzt neue Aufgaben heute, ne? Ja. Neues Item ist rausgekommen. Welches? Ja, das ist Kocher-Item, glaube ich. Ja, das ist Kocher-Item, glaube ich. Was bedeutet das? Das ist so, äh, das ist so ein weißiges Wasser, aber ich hab das noch nie ausprobiert. Was ist das? Was ist das? Eine, was? Das ist so ein Wassergesprach. Ach, so kommt jetzt, kommt jetzt dieses, äh, Erde-Feuer-Wasser-Elemente, kommt das jetzt Zeug? Ja. Da gibt's irgendwie vier Stück, ne? Oder so, wenn er komplett durch. Bei wem Telefon hier ist, äh, klingelst du denn hier den ganzen Tag? Ja, hallo? Ja, hallo? Ja, hallo? ich habe genug geld ich würde mir gerne die drung ankaufen wenn es recht ist ihr könnt euch ja irgendwann das macht morgen habe ich ein bisschen an meiner map gearbeitet aber ich bin nicht zufrieden was machst du eigentlich ist das ist nicht mehr wie mir es ist nicht mehr das ist nicht mehr automatisch auch nicht mehr nicht mehr landen oder was die Dornen ist so drüber habe ich jetzt oder noch gekriegt das war vor einer Stunde es kommt damit auch zu uns holen wir jetzt kippen Auto der Matlabermodus ist auch aus ja den habe ich ja geliebt der war ja ganz geil also das war mein Lieblings der Mieter ist weg ja hier ja wir haben wir doch gerade gesagt glaub nicht machst du das in der schule auch so wirst du da auch so aufmerksam zu läuft bei dir ich bin extra noch umgedreht ich habe auch gegen Paulus gehört ich vergesse ganz nicht wie das sei ich weiß nicht wie das sei ich habe gegen Paulus vertraut und er hat recht wenn einer auf dem Laufenden ist dann ist das gegen Paulus er könnte auch solche Linksvideos machen solche Informationsvideos so wie ich habe mal welche getroffen zwei stück aber ich habe noch nie also ich habe mal welche getroffen zwei stück aber ich habe noch nie äh also das ist ja nicht kennen das ist einfach mal gesehen und mal kurz angekrochen also ich hab äh hey Stan habe ich schon getroffen und Amma habe ich schon mit dem habe ich schon getroffen geredet aber nur so small torque halt ne ich hab ja auch hey es gibt ja auch noch andere Partner die du wachst kennst du alle die ja den Namen habe ich schon mal gelöscht kennst du äh Chonzi wie gesagt den Namen habe ich schon mal gehört kenn die Marco Torra Black das war's wen kenne ich Torra Black das König kennt man übrigens das kennt ihr nicht ich hab jetzt ganz viel ähm wie du wie dieses Fahrzeug heisst weiß kann ich nicht weiß ich wie dieses Fahrzeug heisst wollen wir was können wir mal jetzt auf Kea kopieren wollen wir mal rein wo geschossen wird wollen wir mal ein paar Kills machen oder was wollen wir mal ein paar Kills machen oder was es explodiert grad bei deinen letzten Short es war ja gar nicht so verkehrt oder wohl wird gebaut er wird gefightet da muss ich hin heute kommt hier durch durch also explodiert ein Tanzteller oh 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 bei mir ist er noch ähm ähm äh er ist gar nicht so schlecht ich hab grad seinen Kumpel ich hab grad seinen Kumpel getötet das hat ihm nicht so geschmeckt ich hab mir goldene Papp geant ach man das fand er nicht so lustig glaube ich das fand er nicht so lustig glaube ich jährigen man nenaga und baseball ich sag mal das war ich nur dass der völlig frisch wurde, weil ich es selber gehört habe. Low, 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 low. Von hier? Ja. Ja. Ach du Heiliger, du Heiliger. Hä? Der ist aber gar nicht so ein verkehrtes Typ. Ich lad ihn schon mal ein. Der ist jungen Ding. Herrlein, das Mann ist einfach mitgekommen. Ich habe ihn runtergekommen. Ja, ich beboote mal gerade. Du mal gerade. Pink, jolt. Wirken euch mal nicht lasten. Aber na na ja. Ich freue mich nicht so schlau. Tschau. Tschau Kakao. Irgend so ein Wasser Ding. Ich habe es noch gar nicht gesehen, das Alte. Das ist irgendwie so ein neues Wasser Ding rausgekommen. Leute, wir haben die 4100 Abonnenten geschafft. Das sind es nur noch 95.900. Dann... jetzt weiß ich was das ist. Ich hoffe es dauert nicht genau zu sagen. Also wenn wir in dem Tempo weitermachen, dann bin ich ja 100, wenn das fertig ist. Ähm... der fehlen... noch... 95.000 irgendwas. Ich habe jetzt den Typen getötet, der da bei euch, oder? Ach, du bist... Du darfst ja ganz direkt mit dem Teier. Ja, hat der getötet. Den hab... Den hab ich ähm... mit... diesen Auserfahrt... Sind wir die welche sind? Was ist denn los? Bei mir sind keine, aber ich geh mal gucken, wo was da los ist. Hab ich den... hab ich den Low gemacht und dann rangezogen und hab an das Kette und dann mit Pumpgun gekillt. Stark. Hört sich gut an. Also ich wurde auch früher nie mit Ketten gekillt, aber jetzt... muss mir das schon zweimal passieren. Mir passiert fast nie. Und jetzt auch Blitze. Blitze wurde ich auch nie so oft ge... mit Dings wie jetzt. Ja, ich auch nicht. Ich wurde... Ich wurde... Ich wurde von... Ich wurde von... Ich wurde von... einmal von der Kette gerät. Und... Ich wurde... Ich wurde einmal mit der Kette... und Nullmal mit dem Blitz. Ja, Blitz ist mir jetzt schon zweimal passiert in der Kette auch. Also... Früher auch nie, aber... Ob denn jemand fließt, ich weiß? Bei mir... Bei mir noch gar nicht. Auch schon letztes Mal. Nee, Digga. Hast du hier gerade nicht killt, oder was? Ich mach mal aus. Kommt der ganze Loot hierher. Der Loot kommt eingeflogen von oben. Das ist schön. Das ist gut. Der Loot steht mir gut. Aber nicht für mich. Äh. Weil ich... Weil ich... Weil ich schon zu guten Loot hab. Nee. Ich hab diese eine... Waffe, wo man so wenig Schüsse rauskriegt. Die mag ich überhaupt nicht. Ich hab ne blaue... Ich hab so ne Donner... Saar... 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 Maschinenpistole. Und ne... Und ne... Und diese... Eierstamm... Die neue Farm... Legitär. Also die, die hier rausgekommen ist... Also die, die hier haben gerade... Wie heißt... Eisenkrieger DMR... Die geht gar nicht. Die macht... Hä, die ist völlig gut. Ja, die ist ja auch gut, aber... Die passt nicht zu meinem Spielstil. Ich bin eher einer, der bisschen mehr... Auf mehrere Schüssel setzt. Irgendeiner wird schon treffen. Und wenn ich daneben aimle... Dann hab ich hier bei der Waffe... Deswegen spiel ich auch immer mit langsamen Waffen. Mit Wasserwaffen? Also langsamen Sturmgewehr. Ich geh mal zu den nächsten da. Das sind die Feinde davon. Ich hoffe, dass sie... Das schon erwarten. Da war nur ne grüne Waffe drin. Wie wunderbar! Wie wunderbar! Wo wurde der Fall gefeiert? Maximilian, wo bist du? Bei dir zu Hause. Aber nicht da, wo ich bin. Aber nicht da, wo ich bin. Aber ich bin schlicht, weil du woanders bist. Da war doch noch einer. Ich 2001 nicht behält. Ich bin schon Rier것. Ich bin passgeräte mit dir. Werd' ich jetzt운�estellen. Geil! Oh, hier kommt noch mehr. Ich spiele auch nur mit Lantern und mit Sturmgewehr oder ich spiele mit MP! Als Sturmgewehr. Ich finde, dass alle Flüge wäre die beste Waffe. Ich finde, dass die mythische Art ist. Das ist die Form. Am besten fand ich in den letzten Season die mythische Art machen. Ich habe den größten im nächsten Wir schaffen fest mit nichts, wie ich wusste. Ich habe einen Pio, ich habe einen E-Ballion. Ich habe einen Pio-Punk. Ich habe einen Pio-Punk. Und einen blauen Sonderpump. Aber ich habe nicht den mythischen Art und Pio. Ich habe eine legendäre Punk und eine blaue M-P. Eine Kette, eine Hassgranate, ohne goldene Banane. Das habe ich gar nicht aus meiner Hütte. Hier ist voll die Bot-Party. Ich habe gerade die Bot-Party gesprengt. Hey, hier wird noch einer. Bananagang. Was braucht ihr da? Bananagang. Ich habe zwei Bananen. Ich habe eine Bananen. Ich habe eine Bananen. Ich finde es auch eine Bananagang. Wo ich eine Bananen dabei habe. Und die werde ich nicht verlieren. Und die werde ich nicht verlieren. Dringend eine andere Waffe. Ich brauche eine R. Wer möchte eine lila Waffe haben, ich tausche gegen alle anderen Waffen. Ich habe eine blaue MP. Ich habe eine blaue Bambang. Ich habe eine blaue Bambang. Ich kann jetzt richtig fliegen. Guck. Ich habe nicht mal ein Sturmgewehr. Ja, genau das brauche ich auch. Benünftiges Sturmgewehr. Wer fährt denn hier Auto? Ja, das Auto. Ist das der Lambo? Das ist der Lambo. Das ist der Gambo. Das ist der Gambo. Das sind Gambo und Lambo. Ich bin hier oben drauf. Ich bin hier oben drauf. Nein, oder? Der kann sogar über Wasser fahren. Das ist ja ein geiles Team. Aber er hat einen Spritverbrauch von 100.000 Meter auf drei Kilometer. Scheinbar. Gegner! Waffe, ne? Waffe, ne? Ist so geil. Nein, die Waffe, die ich habe, ist scheiße. Ich habe den ersten Schuss vernehmen. Gib mal her, gib mal her. Ich will mal gucken, welche Waffe. Nehmen die bitte. Gib mir eine andere dafür. Alle anderen. Ach, die. Ich fühle mich gut. Ja, dann gib mir eine andere. Ja, spiel ich lieber Pistole. Ich habe einen Sturmgewehr. Oder spiel ich die? Spiel ich lieber Pistole. Geil. Komm, wir gehen auf Insel. Tschüss. Wie viel will hier noch explodieren? Ja. Und hier, Gott, lieber. Den ist er auch. Geil. Ja, das ist Egel. Geil. Das ist Egel. Das ist Egel. Hat einer Sniper-Mod? Ja, du warst schön, glaube ich. Ähm, ja? Weißt du? Ich habe nur Dessert Egel. Ich habe neun Sniper. Ich habe 34. Und ich habe nicht Sniper. Ich habe nicht Dessert Egel. Ich habe nur Dessert Egel. Ich habe nur Dessert Egel. Ich habe nur Dessert Egel. Scheiße. Äh! Der eine ist ja richtig schlecht. Also Leute, nochmal um auf die 100.000 zurückzukommen, ne? Ich brauche euer Revier. Müsst da wirklich mal ein paar mehr Shorts kommentieren. Und liken. Da gebt ihr mir ein bisschen Push noch, ne? Sonst wird das niemand. Ich habe jeden. Ich will unbedingt mal irgendwann so einen Playbutt haben. Das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Und Silber muss man dann in Gold. Den Silber nennen ist... 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 Den Silber nennen ist 100.000 und plötzlich... Ich glaube ich hunderttausend. Und... Das ist eine Million. Und das wäre echt geil. Okay. Also da würde ich mich mega freuen, wenn nichts. Irgendwann mal schaffen. Aber da brauche ich eure Hilfe. Ich brauche eure Hilfe. Also ich hab schon... Ich hab letztes Video geliked. Ich hab letztes Video geliked. Ich auch. Oh hier. Leute. Die werden gerade angeschossen. Kommt mal her. Kommt mal her. Die kämpfen gerade gegen den Bot. Hier oben. Der Schnappermon. Hä? Nein. Wir müssen auch Gegner sein. Wir haben gleich Gegner. Ich hab einen 113. Und den hast du gestickt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was haben die für einen Aim? Die Bot. Ich hab einen 113 gerade gegeben und... Oh nee. Du hast noch den? Ich muss ausmachen. Oh. Das ist ein echter Leute. Scheiße. Hm? Ich dachte, das ist auch vor die Boy. Ich bin so. Vorsicht. Aus. Ich glaub da eigentlich mein Ding kommt mit. Ein bisschen früh dran, hm? Ja. Und das ist zu früh. Weil ich jetzt erstmal komme. Ja. Bau dich zu. Der wird dich sowieso gleich töten. Gibt mich nicht. Gibt mich nicht. Gibt mich nicht. Der wird uns eh nicht sehen. Ja. Die werden hier eh... Die werden hier so oder so geschickt werden. Wie schreibst du eigentlich immer Sandman? Das hast du schon so oft falsch geschrieben. Was ist da los? Was heißt du für ein T9? Hä? Was für falsch? Hä? Wie kann man falsch schreiben? Der Name. Ja. Er schreibt immer irgendwas englisches dahin. Manche nennen mich auch Sandman anstatt. Was? Ja. Manche können sich nicht aussprechen. Oh. Sehr schön. Ich hab auch noch so ne Aufgabe. Ich muss noch irgendwie Kopfschüsse. Kopfschüsse verteilen. Oh. Die mütliche Pappen. Die hab ich gerne. Die mütliche Papp. Heil dich. Heil dich. Die mütliche Papp hab ich gerne. In meinem Inventar. Die mütliche Papp hab ich gerne. In meinem Inventar. In meinem Inventar. Ja. Aber ich nicht. Oh. Ich spiel ne andere Waffe. Papp. Papp. Helft ihm nochmal. Sag mal. Wo ist denn das Team? Ich muss mich konzentrieren. Ich hab das Gefühl der eine kämpft alleine. Ja. Ich kämpfe ja auch alleine. Und das mit einer. Fehl. Ja gut. Das sind Worte. Alter nimm die Papp. Ja. Ja gut. Ich töt ihn. Das war eine Illenebot. Ja. Aber die können ja nicht trotzdem treffen. Du hast noch einen AP. Bitte heil dich. Oh. Die anderen sind schon alle tot. Der eine ist. Der andere musst du offline. Ja. Ich tausch jetzt durch. Das war nicht so erfolgreich. Ich hab dafür mit einer P3 Kids gemacht. Ich hab gesehen du hast nur ein Kid gemacht. Ich hab das noch geil. Hallo. Ciao. Ciao erstmal. Ciao erstmal. Ciao. So jetzt wollte irgendeine. Eine Duo Gruppe mitspielen. Mit seinem Kumpel. Genau. Er war das glaube ich mit seinem Kumpel oder? hast du dass der mit seinem kumpel mitspielen wollte hier ja wo ist dein kumpel ja ich schicke also die anderen drei die mir gerade anfangen schicken die merke ich mir schimmel und best ihr schreibt mir mal am besten auch in stream rein und chat rein weiß ja dass wir live sind warum bist du inaktiv bd0 also hi erstmal hat der stream an oder so oder weißt kennt ihr meine seite weil unsere beitritts anforderungen sind immer einfach das letzte schwarz sagen dann könnt ihr mich ein bisschen pushen kannst du mal kurz aufhören zu tanzen ich würde die beiden nicht so leise die neue waffe ist op ich habe die neue waffe noch gar nicht gesehen das ist die gibt es die habe ich klausuren ja wie er sieht dann finde ich gut lieber über gute prüfung schreiber zu laufen so ist er noch mal hört er mich ja also ich höre dich mein freund neben mir sein headset ist kaputt aber er was sagt er denn was war denn das letzte schwarz hat das dann geguckt sehr ehrlich was kommt da drin vor ja jetzt ist ja du kannst ja für deinen red freund reden wenn er nicht reden wir finden den kanal nicht dass wenn man unterstrich ja wir haben immer wenn unter nötig ein bild nee das ist das ist nur hier damit die leute sehen mit denen ich spiele dass ich youtube machen dass sie wissen dass ich live bin wir machen es gleich an ja ihr unterstützt einfach mich dabei im eisbiom ich bin da letztes gelandet da ist so ein eisblock ja das ist dahin gehen gucken wir uns das mal an da ist so ein eisblock angespült worden ist das immer volle stunden oder was ja das ist das immer alle volle stunden oder was ich muss auch irgendeine aufgabe hier machen was ist das für eine aufgabe ich muss hier landen aber was ist das für eine aufgabe das musst du holen kannst du gar nicht sehen ach so angene fische ne das will ich nicht nix fische nix fische ist das denn zu jeder vollen stunde das event ey was ist denn hier oben drauf guck mal hier oben drauf sind jetzt auch irgendwelche lichter und ihr spielt immer viel fortnite zusammen oder was die beiden da gibt es irgendwie sechs kisten habe ich gesehen ich bin ja heute morgen mal gelandet einfach mal für rank und los geht's und los geht's ok paulus was willst du heute abend eigentlich machen für ein stream da sind auch dreimal jump pads und alles das ist schon gesehen aber warum redet ihr nicht mehr da gibt es eigentlich neun fortnite ok jetzt ist einer schon raus war der tot da oben auf dem ring ist auch eine mythische truhr da war ich heute morgen mal drauf da war der tot da war der tot da war der tot Oh, Blitze. Da gibt es ein Donnerwetter. Da war auch noch eine Kiste. Das ist doch gleich. Drei Minuten ist hier ein Event, oder was? Ich kann doch nicht drei Minuten hier warten, wenn ich in der Zone schaufe. Ich hab ein Boot nicht rein. Nun, Paulus, soll ich jetzt hier warten, oder was? Ist das Event jetzt hier? Was auch immer das sein soll. Bin ich doch tot, wenn ich die drei Minuten fahre. Oder sieht man das auch von außerhalb? Ich weiß nicht, ob ich die drei Minuten fahre. Voll, dann muss ich raus und raus. Ich glaube, es war eine kacke Idee, hier zu gehen. Ja, so gut. Wo ich mir halt hier noch ein bisschen heile. Wer weiß, ob das jetzt da drauf anfängt. Dann würde mir ja keiner hören. Das gleiche. Nein. So, also was soll da jetzt passieren? Das ist ja nicht so, dass ich da drauf anfängt. Leute, ihr sterbt gleich. Nur wegen diesem kack Leif. Das ist so laut gewesen. Bei mir ist es jetzt gleich um. So, jetzt ist es um und da ist nichts mit Live-Event. Ja, angeblich wäre hier ein Live-Event alle Stunden oder was auch immer. Keine Ahnung, was wir machen. Ne, die sind da drauf reingefallen. Du hast dich da drauf reingefallen. Aber jetzt muss ich mich auch mal verpassen. Das war das. Ich war schon wieder runter. Oh, ja. Oh jaja. Also was immer ihr da gemacht habt. Für einen Käse, ne? das war nicht so lustig das war sinnvoll ich gehe in die in Sicherheit sagen wir mal so gucken wir mal nicht die Zone überhaupt erreichen so ein Schampeck die Skatenz verdammt was soll ich denn jetzt da hochbekommen also es ist die beschissenste Runde die Gegenspieler brennt wir haben nichts gesehen es hat sich gar nicht gelohnt der eine hat verlassen die anderen beiden sind gleich tot das Spielspiel rankt oder so und tot so ich hole dann jetzt mal den Sieg ja gar nichts gewonnen wir haben sammelt euch wenigstens gegenseitig ein reden tun sie auch nicht mehr aber Hauptsache sie spielen zusammen sie spielen zusammen sie sterben zusammen macht Sinn ich hoffe sehr gut stark kann ich jetzt mit einem Gebot jetzt kommt der Zug jetzt kommt der Zug das ist gut das ist gut ich weiß nicht was ich hier lasse Leute was lasse ich hier ich hab auch schon Heilung oder? niemand braucht Heilung Heilung findet man noch aber King Paulus weiß noch das einmal wo ich hier komplett alles abgesucht habe und keine Heilung gefunden habe drei Leute im Schlepphaus ich weiß nicht keine Heilung hier gab das war genau hier vielleicht ist ja der Brot noch da das ist ja so ein Heilbrot redeem www.bombolus.com 0 1 1 0 Ja, ja, die tolerieren man nicht. Ist schön, dass man das abbrechen kann und dann weitermachen kann. Das gab es früher nicht. Echt gut. Oh, das brauche ich doch halt. Oh, Gegner, Gegner, Gegner. Das sind keine echten Gegner, das sind Idioten. Das sind Bots. Pass auf, der kommt gleich wieder. Nee, das sind echte Idioten. Nicht so schlecht. Ja, ja, ich tausche immer durch. Legt der sich gerade mit denen an? Im Ernst? Ey, sag mal. Das hat immer noch nicht geschmeckt, ne? Nee, ich muss weg. Die kommen jetzt safe. Du kannst mit spielen, ja, ja. In der nächsten Runde muss ich gucken, wie viele Leute in der nächsten Runde. Hallo, Sven. Ja, warum kannst du die ganze Zeit nicht drehen? Ich hab mein Headset aus der Sinn aufgestellt. Ich hab mich nur gefragt, wann jeder mal endlich wegkommt, aber... Ja, wir haben uns halt gegenseitig untergeholt. Ja, ja, das hat funktioniert, ne? Seine Kraft, dann hast du ja, wie immerhin. Ja, er ist ja, er lebt ja. Du bist wohl. Ja. Hey, der fährt jetzt ein Bildschirm mit einem, oder? Ja, nöt ihn echt leise. Aber was war das mit dem Live-Event? Da war kein Live-Event. Ja, es müsste gekommen sein. Ja, aber wir haben noch geguckt. Da war nix. Ja, zumindest ist jetzt kein Eisblock mehr drauf. Wie ist kein Eisblock mehr drauf? Jetzt gerade irgendwo ihr da wart, ist der Eisblock weg gewesen, oder? Ja, da kommt man. Guck mal kurz auf die Karte. Sie ist ja kein Eisblock mehr. Den hast du vorher auch nicht gesehen, den Eisblock. Du konntest den auch nicht markieren. Da war nie einer. Du konntest nicht markieren. Ich bin auf prima Markierung. Hm, der war auch schon Heilung, ne? Das ist tausendmal besser. Ja, ich spiel auf Controller. Ich bin auch nicht so gut. Geh rein, ja, heil dich. Willst du vier, Tio? Fünf, fünf. Fünf. Den Fünfer. Du musst dich raus, und zurück. Ach, schade. Zu tief angesetzt. Oh, was habe ich denn jetzt? Jetzt ist ein bisschen Back. Nein. Guck mal, seht ihr das, Leute? Nein. Toll. Ich würde ja gerne jemanden jetzt snipen. Oh, was soll das? Was bist du denn für ein Vollidiot? Was ist er denn für ein Arsch? Alter, ist das jetzt nicht sein Kack im Ernst? Das hat er jetzt nicht wirklich gemacht, oder? Ja. Ja. Gut, dass ich mich hier auskenne, Leute. Mit dem Mann, den musst du springen. Ja. Wie fängt das? Oh, ich krieg schon Sturmschaden. Was ist das? Das ist die neue Wasserbänder-Überfähigkeit. Nimm mal mit. Das ist die neue Waffe. Okay. Was muss ich die machen? Ausprobieren. Fühlt sich immer auf. Was macht die denn für Schaden? Wie schießt die denn? Die hört sich an, als würde ich aufs Klo gehen. 60 Schaden einfach, ne? Hat der Kreislauf? Wollte. Die muss man halt im Wasser wieder aufladen. Im Wasser aufladen? Ja, hat die halt unendlich. Oh, jetzt krieg ich wieder... Macht die insgesamt mit jedem Schuss insgesamt zusammen 60 Schaden, ne? Ja. Aber man muss auch jeden Schuss treffen. Oh, was war das? Man kann sich auch drehen, oder? Aber wenn du einmal links, einmal rechts insgesamt bist du. Hm. Naja, fürs Ende vielleicht mal. Kann niemand mehr aufheben. Jetzt nehm ich den Blitz und dann nehm ich diesen komischen Schaden. Auf was editier ich? Äh, auf Dreieck... Äh, auf Kreis. So, ich geh jetzt da oben auf das Haus. Wehe, du baust mich nicht ab. Dann knallts. Das knallt. Genau, Nico. Hab gehört. Snipe ich dich. So, wo sind die Gegner, Leute? Ja, ja. Die haben aber auch geräumt hier. Jetzt wird hier aber aufgeräumt und jetzt hab ich aber ganz schön Schaden gepriegt. Also, wir haben keine Exaktion. Oh! Nein! 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 Was ist das? Oh, du bist du. Nico, ist fertig. Okay, ist gut. Okay, ist gut. Ah, fahr. Einen, Seite. Einen hab ich. Ach ja, Glückwunsch. Es sind noch zwei Gegner. Oh nein, nein. Es sind noch zwei, es sind noch drei. Noch einer. Noch einer. Leute, ich muss mich heilen. Du holst das. Ich brauche nur Heilung. Ich brauche nur Heilung. Auf Anseidung der Fläche. Oh yes. Oha. Das war die beschissenste Runde ever und trotzdem gewonnen. Stabil. Obwohl wir nichts gemacht haben. Ich habe gar nichts gemacht. Außer einen Snipe gerade verteilt. Wir haben heute früh eine Runde gespielt. Wir haben zwei Kronenziege hintereinander gespielt. Die Gegner sind alle an Schone verreckt. Oh Gott, waren die schlecht. Also das waren ja jetzt keine Bots oder so. Das waren ja echte Gegner gerade. Schlecht. Einfach schlecht. So Leute, ich verlasse euch jetzt mal. So, also eben wollte mitspielen. Jetzt muss ich die Kamera gucken. Felix wollte schon die ganze Zeit mitspielen. Der darf mitspielen. Dann war das irgendwas mit S. Nöber M.S. Und zwar hieß der. Ach, mein Gott, der spielt wiederum. Ja, war das. Er wollte mitspielen. Wie heißt du denn? Anka? Ich seh nix mehr. Mein Fernseher ist voll. Okay. Kommst du zur Lobby? Kommst du zur Lobby? Hallo, Sven? Du bist aus dem Chat gerade, ne? Äh. Hast du mal eine Beitrittsregeln gelesen? Äh, ich stand da nix. Ach doch, da mit dem Short. Genau. Ganz einfach. Nix kompliziertes. Einfach mal liken und kommentieren und mal sagen, was das für ein Short war. Das reicht mir schon. Ah. Ah, okay. Aber kommt jetzt der eine noch aus dem Match? Keine Ahnung. Schimlon Best. Kommst du raus? Schimlon Best. Ja, sehr gut. Ich hör den nicht. Ich hör den auch nicht. Schimlon, kannst du mir auch das letzte Short von mir nennen, zufällig? Tülang, du kannst schon mal bereit drücken. Du kannst ja so lange gucken. Das letzte Short. Das letzte Short. Sven-Man-Unterstrich, ne? Auf YouTube. Ach, warte, ich guck mal. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wie du heißt. Und wenn ihr es natürlich liket, dann freue ich mich auch. Und wenn ihr es kommentiert, freue ich mich noch mehr, ne? Ist klar. Sven, ich like alle Videos von dir. Das freut mich sehr. Jedes Video. Aber du kannst nicht überall reinschreiben, ne? Hast du nicht freigeschalten, oder? Hm, hm. Schade. Schade, dass die meisten das nicht können, tatsächlich. Das würde wirklich pushen. Ich hätte dann gemacht. Wenn ihr mehr reinschreiben könntet, das wäre echt geil. Also das neue Short. Das neue Short, ja. Da warst du auf diesen einen Stuhl. Und dann bist du mit diesem einen Flügel weggeflogen. Und dann bist du mit diesem Flügel auf diesen Gegner draufgegangen. Hm. Und danach hast du mit diesem einen Waffe abgeschossen. Hast dich dann so eingebaut. Und danach hast du diese eine mit dem Midas wiederbekommen. Hast du den getötet. Dann bist du weggeflogen mit diesem Flügel. Und danach bist du mit dem Flügel auf diesen Midas wiederbekommen. Und da ist dann diese eine Zeusch. Ich werde mal demnächst das ganze Video reinstellen. Weil das war ja eigentlich nur das Ende. Und es waren eigentlich auch vier. Und danach hast du diesen Zeusch gekillt. Und danach hast du gewonnen. Dann hast du den ersten Kronen-Sieg gemacht. Eigentlich waren das vier Gegner, ne? Aber ich habe jetzt nur... Vier Gegner? Ja, ja. Eigentlich waren es vier. Eigentlich waren das vierer Team. Ja, wir können da landen. Aber da ist nicht mehr Midas, ne? Ja, nicht mehr der Automaten. Anhalt. Hallo, das ist Midas. Ja, hast du meine... Mein letztes Short gesehen? Das ist meine einzige Regel. Einfach nur... Mal sagen, was... Was hatte ich da an? Reicht mir schon. Liebe Dank. Bei deinen Shorts, was du geschaut hast. Das letzte Short, was hatte ich da an? Was bist du? Ja, ich schaue ja. Und was hatte ich da an? Für den Skin? Für den Skin hat es ganz geil. Ähm, ich weiß nicht, wie der heißt. Superman. Dein Batman, glaube ich. Batman, glaube ich. Nee, Superman ist das. Oder Superman? Der Schwarze mit... Ja. Und am Anfang hattest du deinen Schwiegel und... Ja. Sehr gut, richtig. Der ist Superman. Ich finde den auch ganz nice. Der sieht richtig gut aus, dieser... Der Skin. Dann hast du als erstes dein... Dein Dings... Da bist du geflogen und bist runter. Und dann... Ja, ja, ja. ...hast du deine Pissle mit... Ja, ich habe überlegt, ob ich den spiele oder nicht. Aber ich bin jetzt im Augenblick wieder bei meinen Haupt... Haupt-Skin-Killer, ne? Ah, ja. Ey, Sven... Ja. Ich spiele lieber nicht mit meinen anderen Freunden. Welche anderen Freunden? Weißt du warum? Wer ist er denn? Da, der, also der heißt Mika und er spoilt immer nur, der ist so wie die Speuer, er spoilt wie immer nur. Ach du Scheiße, dein Streamgang hat ja viel mehr. Was hat mein Stream? Äh, weil ich schon gerade ein Streamgang hatte, weil du, vorhin hast du gesagt, äh... Oh, wie dann, oh, wie viel Gold biegt. Mein Freund, dann habe ich jetzt wirklich was gehört. Hat immer Pokémon? Was hat ein Blitz, eine blaue Pamp, eine grüne, also eine grüne Pamp und eine blaue Pamp und eine nachter Blitz. Oh, der ist echt. Ich weiß nicht, ich bin halt nie. Und er ist rot. Oh, die sind echt die Gegner, Leute. Oh, da muss ich das nicht mehr tun. Ich weiß nicht, ich war nur, wenn, dann umzugehen. Oh mein Gott. Ich habe gerade alle drei Gegner-Hopps genommen. Aus einer ganz normale Chest-Comb-Einfall, aus einer ganz normale Chest-Comb-Golden-Sniper einfach. Ich habe gerade drei echte Gegner-Hopps genommen. Die wussten gar nicht, wie dem passiert. Seit wann, äh, ich sehe es seit ein paar Tagen. Ben, rat mal, wie viel Kirt ich die Rank gemacht habe, gestern. Keine Ahnung, was bist du denn für eine, für eine Dings eigentlich überhaupt? Ich bin das Elite. Also, äh, was ist Elite? Ich bin Platin, meinst du? Wahrscheinlich zehn. Ja. Alter, was machen, veranstalten die da? Was machen sie da? Wie viele Skins hast du eigentlich, Sven? Oh, Mann. Ich habe zehn Kirt die Rank gemacht. Ich habe die Rank gemacht. Ich habe die Spitze immer nur einen. Ich habe den Zettel und dann leid. Ich habe den Zettel und dann leid. Also, ganz ehrlich, wir spielen ja eine Runde und dann tausche ich die Leute wieder durch, weil sonst haben die anderen, also soll mal jeder die Chance kriegen, auch mitzuspielen, weißt du? Darf ich nächste Runde? Bist du nicht gerade drin? Nein, ich bin in der Lobby, weil es sind vier Stück drin. Wie heißt du denn? Mit sechs geht es jetzt mit BB. Ah, okay. Ja, dann kannst du nächste Runde mitspielen. Wie gesagt, meine Beitrittsanforderung ist ja recht niedrig. Mein Short schon. Wenn es irgendwie geht, vielleicht auch mal liken. Soll ich liken? Ja, klar, dann kannst du immer liken. Wenn ihr das... Wichtig ist uns doch immer, dass ihr einfach zu Ende guckt. Wenn ihr liken könnt, dann liken. Und wenn ihr uns kommentieren könnt, dann noch besser. Das ist doch das Beste, was wir uns machen können. Bei mir steht immer ein Link. Du hast du... Keine Ahnung, da fängt irgendwas so ein B an. Wahrscheinlich musst du mich ein bisschen... Es kostet euch ja auch keine Arbeit, nichts, kein Geld, nichts. Weißt du, ganz einfach. Dann komm mal zu mir. Soll ich hier in der Lobby warten, oder würde ich eigentlich schon mal rausgehen? Warum willst du denn rausgehen? Oder ist echt mal so ein Lobby warten? Ja klar, du kannst dir auch zugucken. Ja, ich kann jemanden an meinen Heel mitnehmen, weil ich will, ich will, ich will, wenn man mit dem Pump. Nein, behalte deine Pump. Du brauchst selber was, um dich zu verteidigen. Ich hab, ich hab zwei Stück. Ich hab ein, ich hab ein Lelandes für dich gekauft. Gekauft. Ja. Geld. Also mit dem Gold-Ding. Vollstecker, oder was? Haben die den Bot noch gar nicht? Äh, den Boss noch gar nicht. Dieser eine Bot von, keine Ahnung, ich glaub, von links ist das von Midas oder sein Name. Hatte der eigentlich die Mitrische Karte schon? Ich hatte schon die Mitrische Karte. Ich hab, komm mal kurz zu mir. Ich hab, komm mal kurz zu mir. Ich bin noch jung. Ich guck mir das jetzt von hier an. Guck mal, was ihr so schönes macht. Ich lasse Arbeit. Ach, Diga, wie ich weg bin. Ja, ja. Bei Rank bin ich Diamant 3 und 2. Aber ich mach das Spiel nicht so oft. Wie lang ist das Spiel nicht so weit? Danke. Bitte. Hä? Genau. Wie lang ist das Spiel nicht so weit? Ja, denk mal. Gegen Paulus will ja auch gleich online kommen. Den gegen Paulus könnt ihr auch mal auschecken. Ich hab die Minus 90. Wie heißt Paul? Also ich hab schon mal gesehen, dass sie mit ihm gezockt hast. Oder ich weiß, dass sie mit ihm reißen. Wir bleiben hier oben, gucken uns das an. Mal gucken, wann sie es geschafft haben. Einen müssen sie noch füllen. Das war sein Heelset, Keiner. Oh, mir ist ja jetzt rausgegangen. Das ist meine. Oh, mein Heelset hat sich nicht mehr. Oh, mein Heelset hat sich nicht mehr. Ey, ich hab immer Pumpmoon. Ich brauch um den Pumpmoon. Hast du Pumpmoon? Wie das? Wie das? Komm mal, hat jemand Pumpmoon? Hast du Pumpmoon? Ich hab Pumpmoon 54, aber ich bin schon wieder weg. Ich guck mal nach Gegnern hier. Hast du noch ein bisschen, ich hab jetzt Sex. Aber okay, tscher, reichen, reichen. Ich hab nur ein bisschen gesagt. Ich hab nur kurz zu dir ein bisschen gesagt. Also ich über die ganze Ding. Das ist nett. Und hier ist Blitz nochmal. Oh, Blitze würde ich nehmen. Soll ich dir das bringen, Finn? Ich komm zu dir. Einfach mal markieren. Ich stecke es hin. Oh, ein Ding. Nicht nehmen, nicht nehmen, nicht nehmen. Nein. Sven, was ist dein Lieblings-Teal-Schuss? Mein Lieblings was? Steal-Schuss, also vom Sniper. Mein Lieblings-Sniper? Visier, also dein Lieblings-Sniper, also Visier. Alles, was irgendwie ranzugend ist, also am besten mit diesem V oder mit dem Strich. Äh, mit dem Punkt. Ich mach große Visier, dieser eine andere, dieser eine, wie dieser eine V, aber was so ungedreht ist. Ja. Das ist noch früher mein Lieblings-Visier. Oh, links sind Gegner, endlich. Ich geh mal zu den Gegnern rüber. Noch ein Tausend. Ja, wer hat sieben Kills gemacht? Niemand. Keiner hat sieben Kills gemacht. Also, also, die machen uns, also alle zusammen, ergeben ja so ein Kills, da steht alle zusammen, also irgendwie ein Kills, da steht alle zusammen, also irgendwie ein Kills. Sven, seit welcher Season zogst du eigentlich? Also, seit Chapter 1, Season 5, nee, anders sind nicht halt, Season 1, Chapter 1, keine Ahnung, auf jeden Fall ziemlich am Anfang. Ich hab auch gerade einer geschmissen. Ich bin ja auch erst mal ein, also Fico. Gramm, schief der andere, schief dem Under. Und inst...? Also, mach den Schirm mit der mit der beim oder seine Hand wieder weitergeht. Und der wird auch mal mit der viel in der notebooks da Lantern. Hey? Da kommt noch einer. So einer, st... Den hab ich gar nicht strapflicht. Schirmgarten... Ey, ich sollte von meinem Bruder schratzen, aber er hat sich auf meinem PC-Z back gyms, aber... Mach auf, ho, ho, ho. so weiter geht's ja wenn es ein gutes video werden sollte stelle ich das ja auch rein also wenn ihr spät im live und wir machen gutes video ich habe jetzt noch zwei drei videos auf vorrat wo ich 18 18 und 22 kills machen das kommt natürlich erst mal rein also wenn ich nur 10 mache oder so dann überlegt mir das kann ich habe dir was vergessen zu erzählen wer hat einfach wer was du wachst also in soli cash cop ja er kommt einfach hinter mir in juli cash cop er ist vor sich hinter mir in meine in meiner box ich wollte so ein bisschen schneiden hat dann einen headshot gemacht aber wie die märkte also als ich dann damals gestorben auf einmal liegen steht hinter mir mit dann ist war ja kommt ich sag euch ich habe einen pro als freund das ist wirklich klar hast du weißt du dass es wirklich echter pro ist ja ja das ist echt ich werde euch noch in jemand einladen und so okay er ist auch youtuber und aber er redet englisch und hat es für rote schwarzer ritter und so um wieder eine gute paar und so alles ihr dürft dreimal raten wen ein wirklicher pro habe ich ist der jetzt gerade live oder was ja 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 also ich meine den youtuber den du einladen willst ich naja einer will doch einen youtuber einladen nein nein ihr dürft dreimal raten welchen pro ich als freund habe ja kato nein dann weiß ich nicht ich hab denkst ich könnte ihn sogar einladen aber dann mehr ständig ich hab äh nein ach hier wollen wir oder was aber jetzt hat er auch schießen habe ich als freund weil äh aber ich sonst ich darf ihn nicht einladen sonst löscht er mich ja ja ich weiß ja er hat gesagt ey ihr dürft ihn nicht einladen oder ich löscht dich ey warte mal Sven ey geh mal weg von mir nein nein warte auf Sven kommt hin ich bin gerade hier wo habt ihr den Gegner ich hab auch gestern gesehen der hat gestern geirrt ich hab auch Solo Cashcop geschaut der hat geirrt hab ich gesehen war auch echt gut von dem muss ich ehrlich sagen wir müssen Sven helfen hallo hä warum müsst ihr mir helfen doch nicht da um so ein Gegner ihr müsst mir helfen meine Shorts zu pushen und zu liken das ja aber dann ist es hier ich lebe doch noch ich lebe doch noch ich lebe doch noch ich lebe doch noch gibt es hier Gegner bei euch nein ich bin mal ein Gegner bei euch ich dachte ich muss euch helfen ich dachte ich muss euch helfen wenn man so ein Freund wäre dann würde er nicht sagen ich lösche dich wenn du mich einlädst also feld mal drüber nach wie denn er will mit dir spielen nein er hat gesagt wenn ich also ich weiß nicht genau wie sie es gesagt hat er hat gesagt auf jeden Fall ich sag es jetzt mal einfach so ähnlich er hat gesagt wenn du mich also nicht so aber er hat gesagt wenn du mich einlädst wirst du auf jeden Fall gelöscht ja also ich weiß nicht was ihr euch da mal erwartet also oder es kann auch sein wenn du mich mit dir spielen willst und er sich in die Gruppe einlädt und jetzt weißt du den gelöscht oder du du lädst ihn ein und danach nur die Rüsen aber sowas scheint wertvoll das ist überhaupt nicht wertvoll was hast du denn davon oh nein ich hab's verkackt wann kommen Carthus wieder Carthus kommt die Füße in einem Millionen die auch nicht mehr egal ich darf den was auch nicht mehr hä ich halte voll drauf der andere macht diese scheiße Glitzer auf mich und der andere macht diese scheiße Glitzer auf mich so wie also wenn ihr Blitze irgendwo seht ich würde nochmal Blitze nehmen ich hab meine grad verballert sind sonst ich mach mal gleich ich mach mal ich mach mal ich mach mal ich mach mal den Sprachlack eigentlich Sven ist Paul dein Bruder oder dein Paul Paul? ja Kapi 90 meinst du jetzt also der wo man mit dir gezockt hat Paul Paul Kehler? der wohnt den der ja genau der wo man mit dir den gleichen Skater hat der wohnt in meinem Ort so wir spielen manchmal Fußball zusammen oder zocken wir ich schätze nicht mal wie alt du bist ich schätze du bist 20 oder? ich bin mindestens 20 ich bin mindestens 20 ich denke so 23 oder so 19 oder 23,21 oder so 19 oder so 19 irgendwo trinkt aber nur in allem nicht ich brauch jemand hier ich mach die Feuer an ich hab zu viel Halt was brauchst du denn eigentlich für einen Turm? hast du auch YouTube Felix ich glaub der redet nicht haben wir schon gemerkt dass er nicht redet oh ich werde geschossen oh 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 ich stütze ab oh oh jetzt gibt's Ärger oh mein Gott ich war aber ein witziger jetzt krieg ich Stress oh Kone 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 ey ey das Kone ey das Kone okay ein Hammer ein Hammer ein Hammer ein Hammer oh der ist so one jetzt hab ich keinen Blitz mehr vor mir ich kippe dafür meine goldene Pamp so Respektschelle sag ich nur Freundchen Boot nach Tod kommt ne nach ja egal einfach fett Felix nur ne Woche das hat dir nicht so gefallen oder Leute nein die waren gar nicht schlecht aber seid ihr tot? ne wir sind wir haben alle getypt achso Felix ist tot Felix ist tot Felix hol ich mal Leute geht ihr in die Zone geht ihr in die Zone Leute geht weiter ich hol Felix ich seh lebt bei euch noch es lebt nur noch ein Gegner es lebt nur noch ein Gegner es lebt nur noch ein Gegner vielleicht kann zu dir kommen und Medi gehen warte ich guck mal ich hab Medi ich hab Medi geht in die Zone holt den Gegner ich hab eine Zone 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 wir machen jede Runde gefilmt ethisch nicht also das war jetzt wirklich das waren wirklich die Besten zum Schluss ne ah 10 Kills kann ich kann ich saven hab ich ein Video hab ich ein Video hab ich ein Video ich werde gleich sagen was mit meinem Held hat das jetzt einfach heute danke King Bonus Was ist mit einem Held passiert? was ist mit einem Held passiert? Es ist wenn wenn ja ich hör dich was ist mit einem Held passiert? mein Headset ist einfach guck mal ich hab ganz immer gespielt ich hab ein bisschen gespielt wie zu rank da hab ich so mit so 10 Crits gemacht auf einmal ich wollte so auf einmal ich wollte nur kurz mein Held ne weil mein Freund gesagt hat Dein Headset ist zu lotten. Wollte ich das leiser machen. Auf einmal mein Mikrofon geht ab, wo mein Headset. Kann man doch wieder reinstecken, oder? Ja. Ja, denkst du, ich habe das mit Sekundenklima jetzt gemacht. Und mein Headset hat richtig teuer gekostet. Das hört sich aber nicht teuer an, weil bei den Headset, die teuer sind, kannst du das Mikro einfach rein- und ausstecken oder schrauben. Ja. Also dann hört sich das nicht teuer an. Äh, Leute, ich tausche euch aus. Macht's gut, erst mal. Ja, aber mich nicht tecken. Ich weiß die Leute raus, die jetzt schon gespielt haben. Aber ich nicht. Auf geht's, Len. Ciao, ciao. Ich habe ja noch nicht gespielt. Ja, dann bleibst du drin. So, jetzt können nämlich drei neue mitspielen. Oder zwei. Ja, drei. Geschaut, also. Ich bin da noch in der Lolli-Lala. Ey, dein Skinder, ich habe aber auch schon in Geld. Aber ich habe ihn nicht auch wieder gehabt. Wer hat denn schon mal eingeladen vorhin? Es waren doch noch mehr da. Hitachi. Jetzt ist es in Amy. Oh, man könnte doch eigentlich auch mal eingeladen. Kann man eigentlich öfters mitspielen oder nur einmal? Ah, Ben. Ich versuche jetzt einfach mal durchzutauschen, weil es sind immer so viele Leute, dass ich da durchtausche. Prinzipiell meistens nur einmal. Aber ich sage mal, umso länger die Runden dauern, umso länger der Stream dauert, umso öfter hat man die Chance mitzuspielen. Na, Amy, alles klar? Hör dich nicht. Du bist irgendwie im Sprachkanal oder so? Kann das nicht? Hallo? Ich weiß ja auch nicht. Hi, was geht, Ben? Die Sträden. Ja, was geht? Was geht bei dir so? Ja, wir haben jetzt gerade, ich glaube, zwei Runden, zwei Siege oder so was. Ja, oder drei Runden, zwei Siege. Irgend so was. Okay. Läuft ganz gut. Ben, kannst du mir mein letztes Short sagen? Ich habe eine neue Beitrittsregel. Äh, ja, warte. Ich bin eigentlich so, ähm, ich habe das mir, ähm, lockert und mich verkehrt. Also, du hast, ähm, du bist so, du hast zwei Leute, ähm, im Kampf geholt. Den einen hast du mit Flügel geholt und den anderen hast du noch andershox genommen mit der Pistole. Ja, dankeschön. Ich habe vorhin schon öfter erwähnt, das ist eigentlich ein längeres Short, aber das habe ich ein bisschen gekürzt. Das waren, glaube ich, noch vier Gegner. Und, äh, ich dachte echt, ich verliere das Ding. Ja, dann halt. Stell mal das ganze Video rein demnächst, dann könnt ihr das euch mal angucken. Schneidest du euch selber deine Videos? Ja, das ist ja mit der PS5 nur. Ich mache da jetzt gar nicht viel Arbeit. Der Kim Paulus zum Beispiel, der hier mein Mod ist, der jetzt gerade im Chat drin ist, der mal schreibt. Der hat jetzt auch gerade ein neues, äh, Video reingesetzt. Das könnt ihr ja mal gucken. Der schneidet das immer so schön zusammen. Also, der macht immer so, so Best-of-Kills und so. Der hat das direkt nicht einfach nochmal reingesetzt. Hm? Was sagst du? Der hat das TikTok nochmal reingesetzt. Ja, bei TikTok macht er das auch jetzt genau und dann nimmt er es noch rüber. So habe ich auch mal angefangen. Der hat halt das ganze Short nochmal reingesetzt. Ich habe das am Anfang tatsächlich auch immer so gemacht. Ich habe immer am Anfang alles über YouTube, äh, über TikTok gemacht und dann das TikTok-Video bei YouTube reingesetzt. Und dann kam aber irgendwann die Geschichte mit, ähm, dass man Copyright-Musik und so da drin hat. Und das, äh, verträgt sich mit YouTube dann nicht so gut. Und dann habe ich das irgendwann gelassen. Weil ich musste meine ganzen Videos hinterher wieder bearbeiten oder so konnte ich sie nicht modernisieren. Mo- Spinnen. Monetarisieren. Ja. Nein, dann weiß ich, wer der beste YouTuber ist. So, ich kann jetzt reden. Na, Amy, was geht? Ich weiß, wer der beste YouTuber ist. Nein, weiß ich nicht. Was geht bei dir? Boah, so einen Rost lang gehabt. Ach Quatsch, erziehe ich noch Käse. Ich war jetzt überrascht, dass du mich eingeladen hast. Zockt wer hier auf Handy? Ja, manchmal, manchmal kommst du, wenn irgendwie gerade nicht geht. Aber sonst, äh, nehme ich doch an, wenn du mich einlädst. Mach ich doch auch. Nee, ich hatte ja noch mal eine Einladung geschickt. Du hast mir ja eine geschickt. Ja, ich sage nur, es ist doch nicht überraschend, wenn du mir was schickst, nehme ich doch auch oft an. Manchmal geht es nur nicht. Ja, ja, klar, deswegen habe ich auch angenommen. Amy spielt so auf Handy. Was hast du Ostern gemacht so? Ja, ich spiele auf Handy. Hört ihr euch gegenseitig heute? Hört ihr euch? Ja, ja, haben wir. Ja. Weil Amy spielt immer über Handy. Ja, das sehe ich gerade. Situationsbedingt. Warum? Spielt ihr jetzt auch über Konsole oder was? Man braucht ja kein großes Gaming-Setup. Ähm, ich habe nur meine Konsole, aktuell. Aber du hast gesagt, Situation? Situationsbedingt. Ja, zum Teil schon links bin ich noch eine Konsole organisiert. Da, wo ich zurzeit bin, ist das halt nicht so ganz möglich. Ey, wenn... Wenn ihr die Praxis die Medaille haben... Ey, jetzt wollte ich fragen. Ich brauche keine Medaille, ihr könnt das für euch nehmen. Ich wollte die Frankreich. Ich brauche keine. Ey, ich bin jetzt hier draußen, Waffe. Ich bin jetzt hier draußen, Waffe. Ich bin jetzt hier draußen, Waffe. Ey, sag mal, wenn ich den Bumpen... Ich bin nur nebenher, irgendwelche Aufgaben zu machen. Vielleicht gehen wir auch spawnen, Dadbole. Einer ist tot. Einer ist tot. Ey, 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 ey. Stark, stark, stark. Hier kommt noch einer geflogen. Oh, jetzt habe ich diese Scheiß-Ketten. Ich bin da, Jungs, ich bin da, ich bin da. Wer braucht denn die Ketten? Wir brauchen auch diese Ketten-Bügel. Oh, jetzt bist du ja da. Vorhin habe ich dich schon eingeladen. Ja, weiß ich ja, weil ich war AFK. Ey, ich gehe jetzt, okay? Ich gehe mit dem Frankreich. Tschüss. Ciao. Ich war AFK und er geht wieder. Ist ja lustig. Hey, Jorlin. Ja. Nein, nein. Das ist auch mal auf PSG geändert, oder? Das weiß ich doch nicht. Einer dead? Schön, bei mir ist auch noch einer. Bei mir ist einer, ich verspäts. Gehen in die Medaillismus auf den Kopf? Ja, ich meine, so den Staat oben und sagt, wir müssen mal Heilung. Wie er? Hi. Da ist ein Gegner bei Ben. Donut sein Herz. Ben, bei dir ist ein Gegner. Jungs, wer hat das mit der Junge gemacht? Keine Ahnung, wer hat das mit der Junge gemacht? Ich weiß es nicht. Ripp mich doch. Keine Ahnung. Ripp mir doch die, äh, die, äh, Morsch oder so. Ihr wollt doch, dass wir der Junge haben. Also, jetzt kümmert euch. Ja, ich bin nicht. Ich schluck. Ich fang nach bei dir. Komm her, komm her. Ich wollte ein bisschen Spaß haben. Mal gucken, was Amy macht, wenn er angegriffen wird. Ich brauch Hilfe. Ich draufgehe wegen euch, nur dann sag ich schon mal gleich. Hey Gott, wie viel Schaden. Wie viel Schaden. Ups, ich schlüsse die ganze Zeit den Falschen an. Wieso wünschst du einen eigenen Team-Mate oder was? Ja. Aber die mystische Waffe, die darf ich mal kurz nehmen, weil es ist eine Mission. Also eine Aufgabe, die muss ich mir machen. Hey, wieso kann man den Atom hier? So, jetzt hoffe ich, dass ich mal was zufrieden kriege, weil ich ein paar Kills mache. Wäre nicht, äh, wäre nicht so ein Spaß hier. Ich bin Blitzer. Ich bin Blitzer. Besser als Flitzer. Was sieht bei dem ab? Ja, 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 leck mich doch am Arsch. Hier. Nee, das machen wir nicht. Was hast du dich wieder aufgeladen, oder was? Ach, du heilige Makrele, jetzt hat er ja. Vielleicht gibt es keine Muni mehr. Ja, ich schaue nicht mehr viele. Hab sie nicht. Ja, 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 lass mich doch am Arsch. Ich hätte den Blitz. Ist der der Gegner, oder was? Ja, ja, der schmeißt Blitze. Ja, das ist der Gratoss. Oh, ist das hier. Ach, das wäre diese Wasserwaffe. Guck mal, hier ist die Wasserwaffe. Die spiele ich nicht. Ja, dann könnt ihr sie wieder haben. Ich muss sie nur aufsammeln wegen dieser Korra-Aufgabe. Ich bin ein Avatar-Fan. Ach, komm, ich spiele die mal. Vielleicht können wir ja die letzten Fehlste damit machen. Oh nein, das ist das Puscheln. Sven-Man. Ja, dann kannst du mich auch Sven nennen, also heiße ich. Was heißt? Also ich nenne lieber Sven, das passt eher zu ihm. Ja. Also heiße ich ja auch. Ich heiße ja auch Sven. Sven-Man. Ich nenne dich Sven-Man. Ach so. Ich hab, hast du, Amy, hast du meinen Superman-Pix gesehen, was ich letzte Zeit für einen Superman-Skin? Habt ihr mich mitgegeben? Ich glaube, ja. Ohne Punkt für sich und sicher bin ich mir endlich ein Schmerz. So einen schwarzen Superman. Da hab ich auch überlegt, ob ich den als Hauptspin spiele. Ich weiß gar nicht, dass der bei Profil ist. Ohne Punkt für mich. So war bei seinem letzten Schmerz. Ach doch, der war drinnen. Der war drinnen bei Kapitel 2, Season 7. Wie alt bist du, Amy? Viel zu alt für dich. Hä? So zu alt wie ging was? Was denkst du, was er macht mit dem Leben? Ich bin hier zusammen. Das ist doch scheißegal, wie alt jemand ist. Ja, pff. Dagegen hab ich aber nichts. Wollen wir zum anderen Medaillon? Ah, Angela. Oh, das war ein Wasser. Das war gut, aber das Wasser holt ich nicht. Ach, holt ihr das andere Medaillon? Ja, wer links will das dran haben, scheinbar. Also ich hol's nicht. Ich will nur Kills. Mich interessieren Medaillons überhaupt nicht. Also da kann er ja mit epische Waffen mit dem... Ihr könnt alles haben, was... Wollte ich mit dem kurz mal einsammeln und dann könntest du sie haben. Ich brauch nur... Aber ich brauch nur Kills. Ben, darf ich die epische Waffe? Ich bin klar. Ja, ich krieg die epische Waffe, aber da ist die Küche aus dem Medaillon. Warte, hier ist das Medaillon. Hier, Bro. Wenn ich eine einstecken habe, dann... Dann dafür darf ich das andere, ja? Nein. Hä? Wer will die... Äh... Die Möglichkeiten von Cora haben? Oh, freier B. Ich muss mal kurz, ich muss mir messen. Alter, was seid ihr alle? Wo ist denn Sven-Man hier eigentlich? Wo ist denn der da, ja? Sven-Man geht grad auf B. Hab einen? Ich suche Gegner. Ah, da sind welche. Ja, ja, bei mir wandert hier grad einer durch. Komm, Rieser-Boss. Oh, nein. Nein, 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 nein. Das Problem ist nur, dass ich hier in der Träger bin. Nein, 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 nein. Was hab ich getan? Ja, 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 ich schieb mich doch gleich hier, Ruth. Was hab ich getan? Und lass mich packen. Der ist auch, weil ich die Bosse mit Strasse war. Ja, der geht mir hinten. Scheiße. Aber nicht mehr. Scheiße, 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 scheiße. Sven, sie sind auch mal hier. Die suchen mich, die Idioten. Die suchen mich. Ja. Sind sie dumm. Dumm, dumm? Nee, sind alle dumm. Ach, scheiße. Ich hab grad zwei Leute getötet im Wasser. Und dann hab ich hier... Alter, muss ich hier stoppieren. Egal, das passiert. Alter, ich muss mich jetzt auch mal hier heilen. Alter, du hast noch einen, hab ich. Ja, und bei mir sah noch einer im Wasser. Na, supi. Warum bist du bei Olympus noch? Ich weiß gar nicht, dass ich mich hier Heilwasser haben. Ja. Wir haben Heilwasser. Wir haben Heilwasser. Was ist das denn? Hat jemand Mettkipps? Jo. Da ist noch eins. Boah, gut. Was ist denn im Wasser mit dem Kopf? Nimm mal das Motorrad dann, ne? Da hättest du noch Mettkipps. Naja, ich bin gerade auf dem Motorrad. Ich komm zu dir gerade. Zwei nicht gerade viel. Ja, lasst euch Zeit. Nehmt euch ein bisschen Heilung mit. Heilt euch. Ich hab zweimal Mettkipps. Weil da sind drei Gegner jetzt. Ich hab zwar zwei gekillt, aber die wurden wieder geheilt. Okay, die werden mehr. Hinter mir kommen auch noch ein paar. Ja, 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 ja. Ich guck mal Amy zu, wird bestimmt lustig. Auf Wiedersehen. Wollt ihr guck mal Amy zu? Handyspieler. Das Handy gut, Amy. Ich möchte mich dazu nicht äußern. Was ist? Ich äußere mich nicht, ob da einer gut ist oder nicht. Ich bin gerade gestorben, also bin ich schlecht. So einfach ist das. Ich kann richtig, richtig geile Tricks räumen. Auf was? Auf Motorrad oder was? Oh, ja. Das ist nicht hier. Das Ding öffnet direkt. Nimm schon mal den Saft. Nimm schon mal den Saft, dann kannst du best abhauen. Ja. Kann mich jemand anders rebooten zufällig? Äh, ja, ich kann mich gleich befangen, oder? Du siehst. Ich geh dich noch rebooten. Ne, lass mal, lass mal, lass mal, äh, 6G rebooten. Ja, ja. Ne, 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 ne. Hau ab, hau ab. Ja, okay. Kote jemand anders. Ich bin gerade Heilung ab. Ja, genau. Mach links, rechts. Mach bei mir. Ja, du kannst ruhig, kann ich nicht hören, komm. Oh, wie die Hand nicht. Genau. Gleich den Saft nehmen, Saft nehmen. Genau, und dann kannst du wieder weiter. Ey, wieder kommen Gegner. Und das ist ein Doktor? Na ja, ich glaube, du bist gleich als erster tot. Ja, toll, es sollen dann auch gleich zwei Gegner. Ich hab, ich hab's dir gesagt. Geh da nicht hin. Du bist als erster tot. Was machst du? Geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Ja, das Problem ist nur, ähm, ich konnte nicht anders. Ich hatte hinter mir Gegner vor mir gegnern. Nein. Also ich musste irgendwie in den Kampf. Nein, du bist aus dem Tunnel rausgekommen. Und ich hab dir gesagt, geht da nicht hin, da kommen Gegner. Ach, egal. Ja, übrigens die Wasserfähigkeit, ne? Nur so nebenbei mal erwähnt. Ja, ich hab die grad schon gespielt, aber die gefällt mir nicht. Mir ahnert. Ich hab nur ne Aufgabe damit machen müssen. Allerdings, wo liegt meine Karte? Ach, eh, so ganz bei euch. Ganz war. Ach, leider. Wenn denn hier vorne liegt noch ne Sniper und alles. Aber ich hab auch momentan ein Internetproblem. Na, rot. Hast du keine Konsole, Prinzessin Army? Nein, momentan nicht. Amy. Der ist in Army. Ah, M, Y, wenn ich schon. Aber Army bringt eigentlich einen Kopf jetzt. Ne, dachte ich mir auch. Aber das hört sich so nach ner Armee an. Und, äh, mh, mh, mh. Ja, deswegen meinte ich das ja auch. Ist nicht so meins. Ey, der Ding. Komm mal her. Sven. 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 Ne, 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 ne. Also, wenn irgendeine Goldene Waffen sind, ne, weil ich muss da noch ne Aufgabe mitmachen. Ich hab ne Mythische Ender dabei. Schau mir mal zu. Ja, warte mal. Ich muss erst mal gucken. Wie ist ich noch Schließerauftrag von Seite 1 ab 9. Zieh dich hoch. Hey, bei welchen Army hast du Battle Pass? Ja, ich hab Battle Pass. Deswegen versuch ich ja Cora. Ich bin Avatar, hallo. Wie viel Skins hast du eigentlich? Sammeln müsste ich Gegenstände ein. 2, 2. Also fehlen mir noch 2 Waffen. Wie viel Skins hast du eigentlich? Äh, ich bin jetzt beim Battle Pass seit 10. Und wie viele Skins hast du, also ich meinst in den Spenden? Ich bin seit, was den Battle Pass betrifft, seit Kapitel 2, Season 8 dabei. Bis auf Kapitel 4, Season 4 habe ich 3 A. Und irgendwelche Skins hast du dann viele, oder? Kann man so sagen, zwischendurch habe ich mir auch mal Skins geschenkt bekommen oder selber mal gekauft. Ich hab Eminem habe ich zweimal jetzt. Hä? Wie, du hast ihn zweimal. Achso, es gibt ja beide. Ja, ich hab ihn zweimal. Es gibt drei ungefähr. Es gibt drei. Von Eminem gibt's drei Skins, ja. Also hast du irgendwie zu von der Skins, oder? So, wir müssen mal hier Amy holen. Ja, kann sie groß. Hier vorne wird geschossen. Und das zunehmend ist, ja, lass ich sehe, ich rufe dir schon die ganze Zeit zu. Ja, ich komm. Hast du eigentlich, äh... Aber kurz ruhig, da mal kurz ruhig, bitte. Ja. Nein, wie schon gesagt, ich bin seit Kapitel 2. Oh mein Gott! Der hat diese scheiß Wasserfähigkeit benutzt. Wir haben uns gegenseitig... Ah ja, klar. Ich sag's doch, ich raus. Ja, ja, stark. Der hat diese kack Wasserfähigkeit benutzt. Ja, mach, 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 mach. Zieh durch. Ich hab eine Banane. Ich hab Banane, alles gut. Alles gut, nimm, nimm, nimm. Nimm, nimm. Nimm, nimm, nimm. Ja, da kann ich nicht so gut, wenn ich innen Probleme hab, dann frustriert das nicht. Das ist wie so wasserfähig aber halt. Nein, da wurde ich grad schon getötet mit Delphotsfähigkeit. Aber scheinbar macht die jetzt nur 60 Schaden. Kann das sein, dass die im Nahkampf doch ein bisschen mehr als 60 Schaden macht? Ja. Weil ich, der eine hat erzählt... Und ich lande auch noch genau da, wo Gegner sind. Na, Subi, ich hau ab hier. Der eine hat mir erzählt, das macht nur 60 Schaden. Ja, ich hol, ich komm. Ich komm. Und der Gegner folgt mir. Na, Subi, ja, da kommt er. Oh, nein, schütt ab. Oh, nein, schütt ab. Ich helfe dir. Wir helfen dir. Wir alle helfen. Einen hab ich. Da braucht ihr mir nicht zu helfen. Das Problem, ich bin im Auto drinnen und hab erst mal Sicherheit. Ach, da sind ja noch gleich zwei Gegner. Na, leck mich doch einmal. Oh, sorry, das wollte ich gerade so nicht sagen. Happy Life! Das Problem ist, hab mir einmal viel Wälder. Sieh, ich hab da nicht mal Pro, äh... Blue Life. Naja, egal. Oh, aber schöne Wachenauswahl. Die nö, ich mach mal alle, ja? Hallo. Ich will mich jetzt wieder eine, aber auch schon mal reingezogen, ne? Ich will dich mir gerade kurz nehmen, die epische... In der Aufgabe... Du kannst sie gleich wieder haben, wenn du sie mir mal krass gibt, die epische. Habt ihr ihn schon getötet oder was? Mir fehlen nämlich noch zwei. Welche brauchst du? Aber hier kommen noch irgendwo welche. Äh, hast du zwei? Dann ist gut. Gut, weil mir fehlen nämlich noch zwei. Ich brauch nur so kurz einen zu sammeln. So, bitteschön. Die eine kannst du wieder haben, die andere kannst du mir mal geben, falls du ihn noch nicht hat. Äh, warte. Oder falls ich die nicht. Wut? Die? So, hängt. Ich hatte anscheinend beide schon. Ich hatte irgendwie nicht gezählt. Naja, egal. Schalt drauf. Wie viele brauchst du? Zwei. 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 Weiß. Warum bist du da jung? Äh, probier anscheinend. Die hatte schon nicht, das stimmt. Die hatte schon nicht. Die da in Mytheisch. Die da in Mytheisch. Die da in Mytheisch. Die da in Mytheisch. Die haben richtig. Die sind nicht mythisch. Ja, die hat er noch nicht. Das wird noch ne 20er Bomb, Jungs. Vielleicht Video. Sven? Ja. Ah, du bist nicht da. Er ist doch immer da. Ja, manchmal stummig mit Gibralt, aber sonst bin ich nicht so. wenn es eine ps4 wäre die auch ein anderes zeichen angezeigt werden das nicht immer von oben finnisch bleibt mal lass mal dass wir auf ja und ja dann wo bist du werde ich den ja ich werde es nicht überleben ich komme ich bin doch auch schon da wie viel gegner ungefähr ich sag mal was war das denn der eine ist fast low, müsste fast low sein aber wir haben noch einen bot bei sich kann einer meine karte holen wo ich dann direkt von vorne wiederholen geht ne, weil direkt hier sind die gegner der eine hat den punkt emi neben dir 290 alles klar ich hab einen 290er headshot gegeben noch voll, wir haben ja schon noch ein epischen ja emi du hast es ja schon geschafft du hast es ja schon öfter geschafft bei mir mitzuspielen ohne kill du bist ja ja pazifist ohne kill zu gewinnen naja ohne kill kann man so eigentlich nichts sagen ne am anfang war es noch ach ein kill habe ich so leute ich tausche wieder durch, macht es erstmal gut man kann mal wieder mitzocken wenn nicht genug mitspielen könnt ihr immer mitzocken dann kann man wieder guck einfach im stream wenn ich jetzt keine finde auf die schnelle dann dann ja dann können wir wieder zocken dann kann ich nochmal mitzocken oder nicht hab ich doch gerade gesagt also ich könnte schon mal sagen ich nicht deswegen bin ich gleich wieder raus auf wiedersehen mich verarschen ich hab's doch gerade gesagt ich hab die nicht gehört wie schon gesagt auf einfach im stream guck ich und wenn ich gerade keine Leute drin habe könnt ihr mich ansparen ja okay also Leute wer will meinen Platz einnehmen weil ich gehe raus ciao amy das geht alles nicht reden alles gut so also ich hab letzte zwei neue leute ich bin noch ein bester zu mir gespielt wenn er schon mitgespielt Kai Kim nie ich bin noch nicht ein auf einen warten wir noch immer los für das zufällig mal ein letztes schock gesehen ich hoffe ich nicht schnell ich habe nämlich neue neue beitrittsregeln einfach letztes schock gucken ganz easy So, we're going to have to find out. So. Hat doch was gestorben. Pieps. Ah, sehr gut. Komm, wie findest du das? Oh, jetzt sind wir noch vier. Pass doch. Der Boss ist da. Der Boss ist da. Der Boss ist da. Du bist live übrigens. Kannst du den nach vorne machen? Weiß Bescheid. Okay, gut, gut, morgen. Auf YouTube. Ja. Gehen wir noch weg? Ich habe noch ein paar Sachen einkaufen. Was? 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 Nix. Hi Tiger, es geht. Was? Im Chat steht Tiger. Ich hab Hi Tiger gesagt. Der ist gerade ein bisschen. Ihr habt ja nebenbei. Aber jetzt sind es alle. Was habt ihr schönes Soße gekriegt? Geld. Und Süßigkeiten wahrscheinlich. Ja, aber das ist ja normal. Denk ich mir. Ja, also ich wüsste auch nicht, wer nur Eier geschenkt kriegt. Niemand. Also es sei denn, es sind süße Eier. Okay, ist schon wieder. Mir ist das egal. Guck euch was aus. Braul ist Petty Drown. Der ist gleich aufgesackt. Oh mein Gott. Er hat direkt gesagt, was Braul ist das. Ach, ihr seid schon raus. Ne. Verstehe. Ganz schlechte Idee eurerseits. Warte. 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 Was meinst, was da jetzt los ist? Was meinst, was da jetzt los ist? Warte, am Land ist jetzt auch nichts, was? Was meinst, was da jetzt los ist? Was meinst, was da jetzt los ist? Nadel? Komm, wir gehen nach unten. Ich gucke nur gerade, ob ich irgendwo was abstauben kann. Ja. Hast du Gegner bei dir? Prost. Ja, ich bin nicht mal gelangen. Ja. Du bist, du bist, du bist. Du bist, du bist, du bist. Du bist, du bist. Du bist, du bist. Wir müssen auch gegnern. Aber ich glaube, es ist machbar, oder? Klatsch einfach. Der ist unten. Hast du ihn? Ne, ich hab ihn nicht. Oh, ist dieses Stress-Chess. Ist dieses Stress-Chess. Nein! Was sind? Ich... Ist noch welche? Nein! Ich hol' mir mal den Nutroptor. Das ist ja wahr, ja. Die Nutropte angefordert. Kann ich schon? Ja, kann schon. Ich... 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 dann war er das machen wir so wollte mir mit dem baby helfen kommen nein krankerbau ein knock hallo zwei knock hilfe daddy die hat ihn gefickt oder also ich hab ihn gefetzt warum haben die drei blitze dabei aber ja wie viel sollen sie sonst haben einer müsste hier noch irgendwo sein weil ich hab drei geholt tschüss 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 ja habe ich gehört alles gut oh mein gott das tut peinlich ja ja tschüss 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 bank also ich habe ein kreuz hat also wir haben zwei goldene waffe die nämlich doch immer doch mal die hand kann ohne muss die hand kann und die goldene mit blau und mythische also ich hab drei mythische sachen karl sollte wenn ihr irgendjemand mal gefinischt habt bitte bitte sagt mir mal bescheiden ich brauche ich muss jetzt mit goldenen kann ohne kopfschüsse mit hand kann es ist so eine aufgabe gibt es hier liegt in dmr und sniper umlaufen sehen doch auf der karte gegner you ananas ananas ich hab jetzt anana ne mach das nicht ich hab das auch schon mal gemacht das will ja nicht so was camera camera er hat sich schossen ich wurde abgeschossen das ist mein daddy der hat mich abgeschossen der spinnt wohl der kriegt jetzt streck wer wer der legt sich mit dem falschen an kopfschuss 169er kopfschuss sehr schön ich hab stehen ich hab einfach drauf geschnipt ich hab einfach drauf geschnipt ich hab ihm 169er entgegen warte ich muss ihn türen ja aufgabe erledigt da kommt gleich welche aber es werden wir nicht wenn ich komme ich bin 66 169 macht das ding 169 kopfschuss diese handkanone ja aber gold und diese handkanone ist eh behindert oh da springt einer hier ist eine echte gegner wo oder ich was war das leute kommt ihr her mach die markierung nicht mach die schmutz mir rum nicht ah das ist ein bot das ist ein bot geht bei dir ein afrodite in mein aschloch ey warum redest du scheiße dann wieso stellen wir das das bin ich so will mir irgendjemand halten will mir irgendjemand halten will mir irgendjemand halten Oder wie du heißt, du bist mein Held. So, ich hab ihn getötet. Super! Er hat auch gesagt, er möchte nicht mehr. Er findet uns alle sympathisch. Und dann hat er einfach verlassen. Und Ding ist das. Könnt ihr mich mal wiederholen? Du bist ein Sven-Man-Hater. Echt? Ah! Ich hab nichts gemacht, Bruder. Ich hattest ein Sven-Man. Was machst du da? Warum trägst du ihn? Hilfe! Er redet schlecht über dich. Los, komm jetzt. Schnell, mach hin. Der stirbt, der Typ. Hallo, leg ihn hin jetzt. Ich sterbe! Leg ihn hin jetzt. Nein, das geht auch nicht. Dafür kriegt er jetzt einen Kopfschuss. Nein! Das geht nicht, Sven-Man. Das kannst du nicht machen. Was hab ich gemacht? Oh, das ist ja wirklich cool. Ich hab ihn getötet. Oh, danke für deine Waffen. Der war halt das Maul, ey. Nein, wir verboten dich. Oh Gott, ey. Sorry. Was ist denn der Scheiß, Alter? Wenn der jetzt abbricht, dann überfalle ich dich wirklich vor. Eieieieiei. Du bist ja schnell nervig angekratzt. Ich bin schnell nervig angekratzt. Digga, ey, nimm doch noch mal den Sniper, die Ananas, Digga. Da ist nicht Ananas. Da ist nicht Ananas. So, für mich schon. Digga, ihr seid doch alle, ihr seid alle so Staubsauger. Entschuldigung. Ja, dankeschön, Bot. Ja, oh mein Gott. Größter Erdmann. Komm. Ergib mir mal die Wut wieder. Komm, nimm, 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 nimm. Nimm, nimm, nimm. So. Chat einmal Ws für, äh, Ananas da in Chat. Ananas? Verlass? Ja, aber er hat mir den YouTube-Shoppt, also kurz. Echt, ich werde verlassern, weil du überleidest hast. Ich hab ihn deutschmal beleidigt. Doch, du hast den Ananas gemacht. Das hat geguckt. Ja, das war nur Spaß. Macht man nichts. Hier ist ein Gegner. Hier läuft. Das ist voll ein Erdung. So, hier läuft ein Bot hinter jemanden hinterher. So ist der Gegner so. Digga, du bist auch so in der Verbrauch, ne? Hat man auch, der? Ey, hat jemand Munition? Ja, ich hab Munition. Aber ich hol Munition für alle. Guck mal, hier laufen zwei Bots. Aber wo ist der? Geht? Freigedreht. Ach, der läuft wieder zurück. Der ist gestorben. So einer ist das. Hier liegt ganz viel Munition. Aber nix, also nur Pump-Money. Die brauche ich nicht. Also, im Prinzip brauche ich nur Sniffer-Money. Oh, Musik-Chest! Oh mein Gott. Nein, kannst du die übersehen? Oh, Goldenein-4. Nein! Oh mein Gott. Ich kann nach der Runde 20 Uhr vielleicht beitreten. Und ich gucke. Wey. Welkom zur Sektion. Willkommen. Ja. Ich komme aus Aserbaidschan. Echt? Aus Aserbaidschan. Ja. Meine Mutter kommt aus Acapulco. Achso. Hm. Oh, kam Elf. Sven, was machst du? Ich sterbe. Hallo. Der hat mich voll überrascht. Der hat mich voll überrascht. Aber er braucht sich weiter nicht. Äh, eigentlich. Bis zu dem Minus. Wenn ich jetzt alleine klatschen muss, dann ist hier over. Weil ich klatsche nicht. Das einzig, was geklatscht wird, bin ich, wenn ich nur sofort noch fliehe. Okay, Sven, ich hole dich. Ja, okay, alles zur Zeit. Nein, keine Zeit. Sven, Mann, sorry. Oh, schön gelasert. Sven, wo liegt deine Karte? Ähm, im Bahnhof. Nein. Oh, du bist ja richtig gut, Junge. Hast du den Snipe gesehen? Mein Freund ist auch gut. Ich gucke halt groß. Wenn mein Freund beitretet, dann gewinnen wir jede Runde. 120. Spielt der immer Rank, oder was? Ja, ja. Was sagt ihr das? Sven, ich habe fast deine Karte. Oh mein Gott, hab ich nicht gesniped. Heißt er auch Boss? Kommt noch ein Boss. Headshot snap! Äh, das hätte ich nicht gedacht. Hilfe, 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 Hilfe. Was ist denn mit dem Internet los hier? Das ist schon... Er ist logisch Boss. Ja. Jetzt haben wir zwei Bosse hier. Ja, ist Boss. Boss und Boss Boss. Sven, ich hole schnell, wenn ich komme. Das ist immer ein Freund. 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 Aber du hast... Du hast echt gutes Aim. Ja, genau das ist ja. Ich nehme mal kurz die Einlage, weil man's rauen kann. Okay? Ja, mach das. Lennox. Ist das Lennox, oder was? Ja, ja. Mit dem hast du schon mal gespielt,Verbult? Ja, ich habe den Namen. Kred, das habe ich mal gespielt. nein ich habe es wenn seine karte ja gehen wir zurück zum bahnhof wo mich am bahnhof fliegt fliege einfach hier links ist doch ein bahnhof auch auch so ist immer besser als von der insel jetzt umsnipe zu sehen und so viel outzone ist das gerade vielleicht hast du sogar noch glück dass es insohn ist guck mal das insohn das ist der bot oder dann schön schön oh hei dodo hast du die karte nein die tresorkarte er hat sie okay ich gehe in frisor könnte das für meine karte gehen ja ich habe meine karte ja die kriegst du noch wenn du nicht mehr so viel beleidigst ja okay hast du meine karte zu spielen der paul spielt auch gerade der paul killer mal tischst du oder so kaputt deinen tisch machst du kaputt nein da war schon ein loch drücken sehr gut geht es der dodo wie geht es dir denn so ausgeschlafen mal ich schläft immer ich schläft immer an an stellen wo wir wach sind und es gespielt immer dann wenn er macht es antizyklisch aber dann gegner bei mir ja bleib am leben weil es ist nur noch ein team und es sind noch drei gegner ich kann nicht mehr holen sein lass sie in ruhe hier ist eine waffe für dich hast du munition nein 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 nicht viel ja nicht viel ich habe siegen ja das reicht nein ich kann hier mehr gehen kannst du noch mehr haben ab in zwei danke danke okay er klatscht alle bro er macht das schon alles fertig ich soll ich feier schon mal oh er ist im auto oh doch nicht macht euch fürs feiern bereit oh nein oh äh maybe halt auch nicht wir müssen wir müssen wir müssen da hin wir müssen da hin wir müssen da hin wir müssen da hin der wird die anderen heilen der wird die anderen heilen der wird die anderen heilen ich kann schaffst du Sven hast du eine Pfanne komm spray einfach da rein ja wer macht das warte ich komme einfach sprayen der soll den nicht heilen oh was macht er denn da wo warst du denn aber gute runde wo ist denn der andere hast du nicht gesagt du hast beide gedowned ich habe ihn gelockt ach der hatte den bot dabei und der bot hat den ja der bot hat den rekrutiert scheiß ich habe mich drauf verlassen dass die down sind na egal back to the lobby gg 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 bro so musst du raus ja macht es erstmal gut tschau 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 weil ich immer durchtausche ja ja aber ich war eine runde ey Sven ja oh krass wieder mit spielen wer ist da denn das gerade wer ist da denn das gerade wer ist das also du hast jetzt den lennox noch eingeladen könnt ihr auch reden wieso kommt jetzt noch einer ne ist einer gegangen wir sind auf jeden fall jetzt gerade zu viele einer muss aussetzen ja ganz 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 leise warte ich habe kurz ausgesetzt ich sehe es kurz aus aber ich kann noch nichts einstellen ja doch jetzt obwohl ich eigentlich eine runde wenn ich viel wollte ok dann haben wir ja jetzt alles drin hört man mich besser? ja ja ich höre nicht besser ok ok so jetzt muss ich mal gucken dass ich nächste runde also iPods wollte nächste runde mitspielen ok ich muss sagen aber du warst eben schon im links hier äh Newcock Newcock ne Newcock Roach hast du deinen Namen jetzt geändert? hieß du nicht gestern noch mit C äh äh OO oder haben wir uns verlesen? ich glaube wir haben uns verlesen hier äh hier äh bei mir steht dieser Newcock Roach hat gar kein hat gar kein Mikrofon hier du musst nochmal aussetzen Newcock so ach sorry weil er kam später er kam später der andere Boss war eher drin und äh jetzt sind wir alle Boss Boss druck mal Start Boss 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 wer welcher Boss steht? i Boss du musst noch Start drin ok also du hast Glück weil jetzt dein Kumpel mit drin ist das ganze noch ne Runde mitspielen weil sonst müsste ich dich auch austauschen Boss Line ok ja wir gehen aber habt ihr euch abgesprochen der eine heißt Line der andere heißt Line der eine heißt Boss der andere heißt Boss nein nein das Boss nicht aber das Line ist unser Clan ah das ist eine E-Sport Organisation ja ich lass dich gleich rein was E-Sport? ja ja dann gehen wir beide nach der Runde dann raus dann können neue mitmachen ja ok ja so machen wir das so machen wir das ich habe übrigens auch neue Beitrittsregeln eigentlich äh einfach mal mein letztes Short schauen und vielleicht auch mal liken oder kommentieren ok also wenn ihr das noch machen könntet wäre schön dann würde ich uns freuen ja normalerweise frage ich die immer von Anfang der Runde ab aber jetzt äh hast du ja deinen Kumpel eingeladen gehabt das soll ich dann machen äh Sven ja wo können wir diese äh Dings Tafeln holen was für Tafeln? diese neuen Tafeln weil ich hab weil ich hab ich hab das ist meine erste Runde gerade in dieser neue sag mir mal lieber was für Tafeln wir holen die Wasserspritzkarte ach da hab ich mir eben auch schon Wasserspritz Sachen hab ich eben auch schon gehabt wie alt bist du ein Boss wenn ich fragen darf 10 ok ok ist das letzte ähm Short mit dem Superman? ja genau ja ok hab's geliked sehr gut ich auch ich auch ich auch ich auch ich bin live ich bin live ja ja komm wir gehen gleich hier runter ok da geht es jetzt aber richtig auf die Fresse ne wenn ihr da runter geht da geht es jetzt aber richtig auf die Fresse ne da landen jetzt ganz viele ja da gibt es Stress also guck dass er ein bisschen High Ground bringt ja ich land da oben also ich land da ich land da oben bei dem bei der Fruhe und dann geh ich runter Boss Line ich bleib ein bisschen bei dir weil ich hab lange nicht gespielt ok mach das na toll ich hab schon angegriffen ich bin in Wasser voll reingeflogen nein egal komm ich heil uns alles gut kannst du nehmen ich hab eine schon hab einen der ist einfach im Wasser gelandet da da Minis noch einen ja passt alles gut hey hey zackt ich hab so lange nicht gespielt wieso oh hey du Max wer hat denn hier ist wirklich einer im Wasser für mich war gerade auch einer der hat im Wasser gelandet und rumgeschaut ja ja und jetzt hat er seinen Kumpel da der hat sogar das neue Backbring hinten drauf da dieses pferd ich hab zwei Bananen ich hab ganz viele Splashys und.. ja der hat sogar das reaktive Backbring drauf da das mal Ich bin schon full metz in dem Lama. Hast du einen Lama gefunden? Ja, ja, das war mit dem Wasser. Was ist mit Urlaub? Oh, komm her, ich kriege dir eine Banane. Ach, Lomax ist im Urlaub. Ich wäre auch im Urlaub am liebsten. Ich bin zwar im Urlaub, aber ich schaue es. Und das wird erst scheiße. Hier, guck mal hier. Lomax, wo bist du denn? In welchem Ort? Ausland? Ich habe eine Waffe und das ist ein Troller. Ich gehe mal ein bisschen auf Killjagd. Ich suche mal eine erste Waffe. Zweite. Richtig legendäre Musik hier am Start. Ja, die Musik ist gut. Und auch dieser Ort, der ist echt schön gemacht. Ich muss mal so sagen. Ja. Ist aber riesig und da gibt es so wenig Wut. Ich finde keine Waffe. Ich esse die Banane. Kriegt man mit der Banane Fallschaden? Das kann ich dir nicht sagen. Ja, okay. Man muss ja nicht immer alles ausprobieren. Man weiß auch, wenn ein Ofen an ist, man verbrennt sich. Man muss ja nicht alles probieren. Man kann sich das auch vorstellen. Kann ich die Waffe? Kann ich die Waffe? Kann jemand irgendeinen Pumpgun geben? Ich habe gar keine. Ja, hier. Ui, danke. Keine Gegner hier, oder? Nix hier. Ui. Der Lion hier. Niemand da. Niemand da. Immer ein Zweig dran. Klappe. Kann ich die Klappe nehmen? Die Klappe. Der ist auch noch in der Grüne. Ich spiele die Runde bei Pistole. Äh, äh, äh. Wir sind... Pistole ist auch manchmal ganz geil. Wenn du einen Goldenen hast, sowieso. Jaja. Manchmal hat man da auch so, ähm, hier, Einstellungen drauf, um mit dem Haufen zu spielen. So. Aber, äh, Lion, wir probieren das dann nochmal mit dem GTA, oder? Ja. Okay. Wie mit GTA, was er bringt raus? Bei ihm konnte man was nicht starten. Ja. Ich hab nicht so viel Zeit für alles, ich muss arbeiten. Mhm. Also, ich bin mit Fortnite völlig ausgelastet, sagen wir mal so. Okay. Mehr als ausgelastet. Lass mal, was arbeitest du da für eine Frage? Ich bin im Einzelhandel. Ah. Ich verkauf euch Essen. Vielleicht hat ja schon der ein oder andere bei mir eingekauft und weiß es gar nicht. Aha. Wir werden es auch nie erfahren. Oh, da fliegt gerade einer. Ist gerade einer abgehauen. Oh stimmt, wir sehen ihn. Oh, wer hat ihn geholt? Ich. Oh, Roland. Oh, hier fährt noch einer mit dem Schiff, ähm, dem Boot. Ähm, dem Auto. Mit dem Auto. Da ist er. Oh, ich treff grad gar nichts. Ich treff grad gar nichts. Ich bin kaum angefahren jetzt von dem Auto. Ich fahr jetzt einfach auf diesem Steg drauf. Mir ist egal. Oh, ich hab ihn nicht gesehen. Nein, ich hab ihn nicht gesehen. Nein, ich hab ihn nicht gesehen. Geht jetzt ab. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich spiel schon. Ich spiel schon. Ich spiel schon. Er ist ja schon aggressiv. Hab ihn nicht gesehen. Ne, ich bin vom Baum gefallen und hab ihn einfach nicht gesehen, wo er ist. Aber ich hab ja meinen Boot engagiert. Er macht das schon. Okay. Liegt da irgendwo noch Heilung rum? Warte, komm her. Komm her. Ich hab noch Slashes. Ich bin grad jetzt erstmal hier. Geht noch nicht aufs Jumphead. Warte. Ich bin da. Hier ist Salat und so. Ich heil mich mal kurz mit dem Ding. Ah, warte, warte. Warte, warte, warte. Oh, lass dich noch. Du hättest auf den Flurleiter gehört. Ja. Ich weiß. Ähm. Ne, Minifrosten. Oder? Ja, ja. Sind wir noch fancy? Ist das unserer, Bot? Ja. Ja, können wir machen. Ja, hier vorne. Hier vorne sind noch viele Splashies. Ja, warte. Wir nehmen sie zusammen. Warte. Und da kommst du aus Deutschland? Äh. Aus. Ähm. Aus Hessen. Ah. Aus Hessen. Hessen, ja. Wir sind so in der Mitte von Thüringen. In Thüringen bin ich auch öfter mal. Okay. Warst du schonmal bei Gotha? War ich auch schonmal, ja. Ja. Okay, ja. Ich bin sehr nah an Gotha dran. Ihr seid schon wieder Adder weg. Ihr habt uns wieder irgendwo hin teleportiert. Teleportiert? Ne, das können wir noch nicht. Ich guck auf die Map. Ihr seid auf einmal interessiert. Ja. 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 Ja, ja. Ich bin gerade von meinem Auto eingestiegen. Ich such mal Kappa. Krieg ein paar Gegner hier. Oh. Bei mir. Bei mir. Bei mir. Bei mir. Bei mir. Oh. Hier sind auch Gegner bei uns. Oh, ja. Bam. Hey. Endlich. Lüge. Ich kann nicht mehr mitreisen gehen. Oh, ich hab das in der Luft geschaffen. Ich hab das in der Luft geschaffen. Ich hab das in der Luft geschaffen. Nein. Blitze ist einfach. Ich liebe Blitze. Das kann man nicht anders sagen. Merkt man das heute? Hier, komm mal her. Dass ich Blitze liebe? Nein, ne? Was sind jetzt eigentlich diese neuen Avatar-Waffen? Hey, ich hab mir FNTS1 wieder gekillt. Was hast du? FNTS1 wieder gekillt gerade. Woher weißt du das? Hatte der die Pickaxe für mich? Ja, sie hat sie. 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 Der allerweilste Spieler. War bestimmt. War bestimmt. War bestimmt. Jan ist fett oder so. Bei dem die Tastatur alle gegangen ist. Wirst du Batterie wechseln. Sven denn? Warum so hoch? Ist der Gegner bei dir? Ja. Ich komme. Haben wir noch einmal. Sven, warum bist du so weit hochgeflogen? Weiß gar nicht. Du kannst Sturz drauf machen. Absturz. Er ist weiß. Warte. 90 kills, okay. Ich hab da vorne waren, siehst du? Ja. Ja. Und der Emote ist auch geil. Dann gibt's glaube ich einen Bendefass, oder? Ja. Nein! Rein da. Rein in die Olga. Bunker. Und. Und. Bunker. Ich geh mal in den Bunker. Ich geh mal in den Bunker. Ich glaub äh, Insurien wäre schon. Insurien wäre schon. Drei Kills. Drei. Ja, es ist auch nicht meine starke Runde, Hepate, aber... ...sache wir gewinnen. Banane? Sind jetzt hier noch Gegner gewesen? Hier waren wir schlecht. Ich geh mal zum Jumpit. Wohin fahren geht's? Einfach da wo Schüsse sind. Ich fahr zum Jumpit-Warten. Ich geh mal beim Jumpit-Warten. Ich geh mal Richtung E-Proof. Oh, nach vorne? Oh, ja. W? Och, Mann. Oh, Mann. Auch alles Killer hier unterwegs. Oh, nein. Das merke ich mir. Ja. Er kommt angebrettert, nur um diesen Kill zu klauen. Auf einmal hier hinter mir, äh, komplett vierfachen Boost. Und er fährt komplett um. Mein Kill. Ja, ja. Aber bei Loot 1 sind manchmal Gutes wieder, gell? Oh, nein. Hast du noch echte Gegner lang? Guck mal neben dich, Sven, Mann. Moin. Ja, ich hör doch, das ist schwingend. Oh, Boss. Boss ist tot. Der Boss ist tot. Gott, aus der Luft angesnaypt. Oh, nein. Der Boss ist tot. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich hab ihn. Warte. Wiggy. Ist da noch einer. Triple rest. Der Bot stellt sich daneben hoch zu und so einen ab. Ne, ich habe vergessen ihm zu sagen, er soll das machen. Macht er das nicht von alleine? Bei mir ja, bei euch nein. Bleib mal mit ihm. Gezahlen den Bot. Komm, mach. Halt durch, halt durch. Ich komm angeflattert, ich komm angeflattert schon. Er schießt mich auf der Luft, was hat denn der? Der schießt mit Wasser. Feuerwehrmann. Ja, das ist die neue... Kann die echt in die Luft schießen? Er schießt wie ein Feuerwehrmann gerade. So weit? Das will ich jetzt auch gucken. Ich will das jetzt auch probieren. Ich töte den kurz. Ich wollte aus der Luft gesnipet. Oh mein Gott. Was geht denn bei denen ab? Und wo schießt er? Ne, Nick. Wo chillt denn der Affe? Hier oben auf dem Dach. Oh, oh, oh. Ich flieg weg, ich kann das nicht mehr. Ey, passt auf, es sind ganz viele. Viele, es sind viele. Viele, es sind viele. Es sind sehr viele. Die haben sich aufgeteilt. Ich glaube, das Swamlin war auch noch einer, der die Fähigkeit hat. Ab einen. Hat hier jetzt jemand irgendwie die Wasserfähigkeit? Wo ist? Haben noch einen? Der hat die Waffefähigkeit, der da oben. Hier ist noch ein Gegner. Wo? Hier unter mir. Oh, ein Nettkiss. Endlich mal an Verlaufen. Hier, komm mal rein. Komm mal her, hier. Komm, 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 komm. Er ist hier unten drin. Nimm, nimm, nimm. Wir sehen ja, Hilfe ist da nicht. Na, hier ist noch eine Throne. Hier ist noch eine Throne. Hier noch mal diese. Diese Eifel. So. 31 Kills. Boah. Letzter Gegner, gell? Letzter Gegner, gell? Wasser, äh, Wasser. Wer hat jetzt? Ich hab so eine. Gibt da irgendwo noch einer? Können wir den letzten mit dem Wasserding killen? Warte, ich fang dich irgendwie aus. Ne? Können wir den letzten mit diesem Wasserding killen? Jaja, ich schieße ihn nicht an. Hier ist auch noch einer. Ja, ja, ja. Habt ihr den schon gesehen, den letzten Gegner? Nein. Mach dem Töckchen nicht, lass es sein. Aber vielleicht gibt er einen Zone. Wo ist er denn? Weiß ich nicht. Guck mal, mit Flügel. Ich will das ausprobieren, diese letzten Wasser. Jaja. Wasserwaffe. Aber, maybe, es ist ein Bot. Und das hat das Zone. Und das gibt es. Okay, warte mal. Er hat ohnehin die Schüsse. Vielleicht ist er auch auf der Insel. Guck mal, das schießt sogar richtig in die Luft. Also, wenn der hier mal irgendwo fliegt, kannst du ihn auch runterholen. Wenn du im Wasser bist, dann fliehst du es. Schade, mach das. Das steht in der Beschreibung. Eisgeschoss? Also, da fliegt jemand ein? Ja, ich hab's noch nicht gemacht. Und man kann das auch nachladen. Oha. Das ist okay. Du kannst das Ding nachladen. Immer wieder. Kann man seine Mates einfrieren? Komm mal her. Ross, komm mal her. Ja. Habt ihr den Rift genommen? Ja, ne? Ich frie dich ein. Haha, geil. Ich glaube, ich war unsere letzte. Ne, ne, nur München. Also, links steht Eisgeschoss. Äh, nach dem. Keine Ahnung. Dann ist es gar kein Wasser, dann ist es wirklich Eis. Vielleicht gibt es verschiedene Fähigkeiten. Lass mal, wir auf jeden Fall den letzten noch am Leben. Ah, jetzt ist es Eis. Stimmt. Ich hab's gerade verändert. Wie, wie hast du's verändert? Wie du gewechselt? Irgendwie, äh, ja. Irgendwie kannst du's ändern. So. Ja, jetzt hab ich Wasser. Genau. Und ebenfalls Eis. Also, dann hast du wahrscheinlich ein anderes genommen. Es gibt verschiedene Fähigkeiten. Ja, du kannst, nein, nein. Du kannst es einstellen. Selber. Guck mal bei dir. Du kannst es einstellen. Nur bei mir verschießen und nachladen. Ja, aber du kannst, äh, du kannst es umswitchen. Wasserbändigung, Eistechnik und Spitzobjekte auf deinen Gegner zu schleudern. Du wirst passiv geheilt, wenn du das in der Hand hast, glaube ich. Echt? Ja, wenn du, ähm. Hab den Gegner gefunden? Nein, aber wenn du in Wasser bist, wirst du geheilt, glaube ich. Wo schimmelt der denn? Vielleicht rebootet der auch gleich irgendwo. Ich sehe schon, der chillt unten im Tresor und, äh, tanzt mit Peter Griffin. Vielleicht, vielleicht rebootet der auch gleich. Kann auch sein. Ich glaube, ich hab was gesehen. Vielleicht rebootet der da hinten. Das wär auch schlau. Yukeli Hebeck. Naja, nicht. Komm, du kassierst. Oho. Habt ihr einen Gegner? Nein. Ich such' grad noch den Ball. Weil ihr da gerade schießt. Ja, wir haben die Tankstelle hochgejagt. Ach so. Ah, ich hab einen Gegner gefunden. Oh, statt. Oh, statt. Ah, ich hab einen Gegner gefunden. Oh, statt. ist gut wenn wir gleich sehen ich glaube ich habe nach als er es auf jeden Fall derzeit es auf jeden Fall echte muss jetzt gehen der war gerade auf der Brücke ich guck mal ob er nach unten geht das Medaillon liegt jetzt auch hier das Medaillon liegt auch hier hier vorne, bei mir, bei mir, bei mir ich lasse ihn gleich stehen ist ein Board, ist ein Board Dankeschön Leute Schaden macht er habe ich doch gleich mal ein neues Sport habe ich doch einfach mal ein neues Sport Felix wir haben insgesamt 32 Kills das ist schon stark das ist schon so Leute hat Spaß gemacht ich tausche jetzt mal die aus ja hat super Spaß gemacht danke für die Runde machs gut tschau 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 ich nicht ich nicht ich auch nicht ja Felix das ist der so die die jetzt drin sind haben wir noch nicht mit gespielt richtig ne ja ich nicht sehr gut könnt ihr mir denn mal ein neues Short nennen weil das ist ja Teilnahmebedingungen aber ich kann die nicht anschauen wenn mein Handy kauft wird ja 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 immer diese Ausreden was ist ja ne nein meine neue Beitritts Anforderung ist einfach nur mein letztes Short mir zu nennen damit er mich mit dem Push von unterstieg ich hab ich hab ich hab nur das all deine Videos vielleicht danke Paulus gg das war echt gutes Spiel von denen ich hab ich hab das Video gesehen wo du beim Board ging sauber das ist ein Luftballon wo du gesehen bist ja das war gestern jetzt hab ich ja schon wieder neues wie heißt du auf YouTube? Sven-Man unterstrich könnt ihr schon mal startrücken zu sagen wie nochmal? Sven-Man unterstrich der King Paulus hat auch ein Short reingesetzt also den Link in meinem Stream kannst du auch so gucken den könnt ihr auch gerne mal abchecken das war P-90 der kommt auch gleich on ich glaub so gegen 8 ne? Paulus hast du dich jetzt eigentlich nicht schief Paulus ob du Rocket League spielst oder oder Fortnite ich schiebe hier auch mit dir Rocket League kein Thema aber das sind wir zu viel Leute wenn du live gehst in Rocket League spielst kannst du eigentlich so viel mitspielen doch so was lacht ihr da so? Toffel Ei rein was los? ehrlich? hast du noch einen Kumpel da gerade im DJ-Kumpel oder was? äh nein so so So, so, so. Machst du auch Döner? Was? Döner? Ja. Ja, klar. Döner macht schöner, weißt du doch. Ja. Ich habe jetzt letztens erst einen Typen gesehen, ich glaube, Ganjio oder sowas, der irgendwie den Döner neu erfüllt hat. Den wollte ich auch mal probieren. Der hat den erfunden, dass du den zu Hause essen kannst. Und ohne Matschen und alles. Hast du auch den Epic Games gesehen, den du probierst? Den Epic Games, ich habe sogar einen geschenkt, von jemandem. Ne, das war ein Burger, glaube ich. Das war kein Döner, das war ein Burger. Ah, okay. Irgendeiner hat mir einen goldenen Burger geschenkt. Ihr habt ja auch alle goldenen Kronen. Was? Dann muss doch eine Kronen jetzt so. Ja, wir sind in einer Botlobby. Ja, es gibt einen Trick, wie man in Botlobby's kommt. Du musst eine Freundschaftsanfrage oder so schicken oder sowas, ne? Ja, an Botlobby's, also Bot, dann Leerzeichen Lobby's, dann Leerzeichen 00 und dann 2,4 oder 3,1 oder so. Dann kommt irgendwie ein Ransom Renegade Raider. Ransom Renegade Raider Level 777, der nimmt eigentlich immer an und dann kann man, wenn er einmal tanzt, dann muss man aus der Lobby rausgehen, wieder und dann funktioniert's. Und der macht irgendwelche Emotionen, dann hat er keine Emotionen und verlässt die Kronen. Ne, da muss man verlassen und dann geht das. Aber ihr habt jetzt keinen einzigen echten Gegner gespielt oder was? Ne, also manche haben gebaut, aber haben nichts, also haben geschossen, aber fast jeden Schuss dabei. Ich hatte noch mal den Netzen. Vorbei, nur drei getroffen oder so. Ey, das ist ein Spieler, die haben keine Waffen und der Tanz. Wie viele V-Bucks hast du eigentlich, Sven Mann? Ist das wichtig? Ne, einfach nur Fragen, ob vielleicht habe ich mehr. Auch das ist nicht wichtig. Sag mal. Keine Ahnung. Also ich weiß schon, aber ich... Ich habe 10.100. Ich glaube, ich habe mehr, aber es interessiert euch nicht, weil ich habe oft geladen. Ne, gar nicht, ich habe was verschenkt. Aber genau deswegen wollte ich es eigentlich auch gar nicht sagen. So seid ihr gelandet. Ich habe mich selber gekillt. Oh, Glückwunsch. Und dieser eine Bumbe. Ich komme, ich habe Schüsse. Oh, Schüsse. Ich will nicht hinkommen, doch. Und hier ist eine Säkermachina. Ey, Leute, ich spiele lieber die Pistole, als diese blöde Waffe, die hier wachsen kann. Milch, die Pferde. Ach, ich habe diese Eisenkrieger-Dingstanz da. Milch, die Pferde. Oh, jetzt Gegner. Einer ist tot. Ich muss der Rest ergehen. 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 Hast du den Lambo? Nee, leider nicht. Sven, in welcher Stadt lebt du? Es ist einfach zu teuer. Nee, habe ich nicht. Es ist teuer. Ich glaube, in welcher Stadt lebt du? Hm? In welcher Stadt lebt du? Nee, ich kann jetzt Bundesland sagen, weil ich wohne noch vor. Ich denke jetzt, die Stadt. In Hessen. Dann halt Bundesland. Hessen. Ich lebe in... Achso. Wir leben in jeden Wert, kein Bayern. Bayern. Wir sind auch aus der... Wir sind Freunde. Aus der gleiche Schule. Und Klasse. Ja, könnt ihr aber ein bisschen Werbung machen. Weil ich will irgendwann mal Lebatten schaffen, aber... Das schaffe ich nicht so ganz allein. Da brauche ich ein bisschen Unterstützung. Ja, sagt mal alle, dass ihr abonniert seid. Ja, danke. Ja, das ist ganz wichtig, wenn ihr einfach schon die Shorts durchguckt, ne? Und vielleicht auch mal kommentiert und liked. Was hast du für ne Pump? Ich kann dir die geben. Dann, äh, hilf das... Kannst du haben. Da ist ein Elfe-Kostüm hier. Gott ist der hässlich. Yes. Äh. Hör mal. Ach, der ist ein Dragon Ball. Ich kann mich nicht mehr mitlegen. Gott ist der hässlich. Ich kann mich nicht mehr mitlegen. 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 Ich darf jetzt auch nicht die Beste. 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 Okay, also die haben wir jetzt schon mal abgefrühstückt. Ich mach mal weg. Ich geh jetzt ein bisschen auf Kill-Yagd. Also nicht wundern. Kann sein, dass ich gerade nicht weg bin. No more time. Mal gucken, ob hier noch irgendwelche rumstromern. Ey. Schau mal, ich hab diese eine neue Wasser-Bern-Saison. Ja, hast du gerade das letzte Video gesehen? Das letzte Show? Wir haben gerade... Äh, das letzte Video, soll ich schon sagen. Ja, wir haben gerade einen Sieg geholt und ich hab am Ende gekillt mit dieser Wasser-Fähigkeit. Ja, ich hab die gerade. Ja. Brauchst du die? Nein. Bin ich jetzt nicht so voll braun. Ich auch nicht. Blitze sind mir lieber. Wenn ihr Blitze seht, wie ihr nicht weiß. Aber Blitze ist nicht gut. Naja, es kommt auf einmal, wie du die einsetzt. Oh, außer... Naja, also wenn man... Wenn man losten Gegner hat und der tut dich dann nicht lasern. Ja, okay, ich hab Blitze. Sehr schön. Also bei mir bin ich Blitze gar nicht, weil ich eigentlich immer ein Sturmgewehr... Also Sturmgewehr oder Sniper dabei habe. Weil... Weil... Oder die... Wenn man in den Blitze hochkriegt, kann man schneller den Ebenen abkriegen. Die Blitze können auch rundschotten. Also wenn man alle trifft. Das Schlimme ist, ich bin manchmal so dumm und anstatt dass ich... Nix drücke. Oh, voll mitgeschossen. Anstatt dass ich... Ein Botch ist das. Manchmal kann man sich ja noch so nach links und rechts dächt. Und anstatt dass ich das drücke... Oh, Pizzo, warte, 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 warte. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Ist das Brüder oder was? Was? Auf jeden Fall sind sie tot. Lost in space. Kennt ihr einen Trick, wie man sich hier in die Wand reinbackt eigentlich? Nee. Wir haben uns bei dem Bot gemacht, da kann man das Wir haben uns bei dem Bot gemacht, ist ja der Wollstecken verblieben Können wir bei dem Bot engagieren? Ich wollte ihm helfen, aber ja Oh, hier ist ein Gegner Und, 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 wuuu Da, 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 da Äh, was, wo kommt denn der? Echter Gegner hier, heute Achtung, ja, danke Ja, schätze Ey, finischt nicht irgendwann Können wir nicht keiner finischen? Wurde gerade den Bot engagieren, den Ärger Ist aber sehr mutig Ist aber sehr, sehr mutig Hier, nimm, 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 warte, warte Hier, blitz, blitz, blitz Ne, ich hab blitz, darum geht's gar nicht Ja, okay Warte, wo bist du denn? Warte, wo bist du denn? Hä? Der Blitz hat den gar nicht schaden gemacht Wenn noch der B allí warte, wenn du blitzst so ich dachte der bot wäre unser team deswegen habe ich ihn auch nicht gepinnt so ich war ich habe noch ein bg es ist noch ein bg hab ihn kamen denn eigentlich gerade die ganzen leute ja ich war vorhin ein bisschen erschrocken wieso sind denn so viele leute was für diese leute aber leuchtet bot wer war goldmann zera äh du warst goldmann führert ja warum kartoffel im nordischen schüsse hier sind acht leute aber egal ich da rein die völlig box die jetzt alle ich liebe es wenn alle spieler wer blitzt hier warum sind hier so viele leute Ich wollte ihn auch greifen, ein bisschen noskopen, aber das ist mit Energie. Bauder, ach komm! Uff! Oh, der ist tot, der ist tot. Das ist echt der Gegend. Ich komm! Ich komm! Sie sind low! Ich hab 12! Er hat mich gekillt mit der blöden Hades-Kette. Oh ne, ich hab nicht, komm! Ey, oh man, der hat gesessen mich. Der, der greift mit Hades-Kette, Hades-Kekes, Hades-Kette. Ja, das ist die Hades-Kette, Hades-Kette. Sehr eklig. Hä? Der hat mich einfach gerettet, der hat mich, der hat ihn gekillt. Ich hab ihn gekillt, ja. Nein, bitte nicht. Hast du meine Karte? Ah, ja, okay. Ich hab hier eine Karte. Heil mich! Hilfe! 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 Ich muss einen heilen! Hilfe! 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 Splashy! Hilf! Schönen! Okay, dann. Finch! Schau, ich ja! Ha! Hör mir bitte, wolle bitte meine Karte! Links, links! Ja, da, 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 ja! Hör die alle, Torf! Flügel! Ja, Flügel! Ja, da, bei, in der Zone, in der Zone! Habe ich alle eingesammelt, ja? Ja, ja, ja. Ich habe markiert. Das war aber jetzt aufregend, Leute. Das war aufregend. Schaust du noch? Da unten. Schaust du noch bitte? Noch schnell. Ich muss es geht. Wir haben ja auch. 16 Killed, ey. Das ist so eine gute Runde, Leute. 29 Kills insgesamt. Wir müssen erfolgreich abschauen. Nein, nein, nein. Nein. Flügel, flügel, flügel. Nein. Wieso L2? L2, ich glaube, der spielt auf PC. Spendix, Spendix. Nein. Es sind zwei Leute, was soll ich da machen? Ah, es ist ein Bot gewesen. Bereit oder Lobby? Es war ein Bot. Mach so eine gute Runde, Leute. Sorry. Bereit oder Lobby? Ich tausche wieder durch. Schade. Schade, Gigi. War echt eine gute Runde. Ich habe es verkackt. Ich habe es verkackt. Ciao, ciao, erst mal. Tschüss. Hallo. Schade, schade, schau, schau. Das war so. Hallo. Hi, was geht? Hast du gerade gesehen im Screen? Hi. Ja. Ich habe die Anfrage geschickt. Ja, war gut gespielt. Nee, das Ende habe ich schlecht gespielt. Ich hätte nicht feiten wollen. Aber so war eigentlich relativ gut. Ich hätte nicht feiten wollen. Egal. Ich hatte 16 Kills. Das ist älgert mich schon ein bisschen. Das war eine gute Runde. Wo ist denn jetzt hier... Guck. Da. So, jetzt können wieder zwei Leute mitspielen. Ja. Kannst du mir mein letztes Short nennen? Äh, nein. Guck mal, guck mal nach. Komm, das händen wir in Unterstrich. Du kannst auch im Chat sehen, der King Paulus, der schreibt das immer rein. Der hat gerade eben 19.1 reingepostet, welches Short die gucken. Ich habe die Anfrage geschickt, der wird gespielt. Ich gucke ihn gerade an. Keine Gruppeneinladung. Keine Gruppeneinladung. Ja. Das ist so ein Marvel. Das ist Superman. Ja. Danke, dass ich mitspielen darf. Wie gesagt, ich versuche immer ein bisschen durchzutauschen, dass die da mal so drankommt. Ja. Ich nehme dich nicht an. Du hast vorhin verlassen. Du bist von allen einfach rausgegangen. Anders. Anders, ja. Kann ich auch das. Kann ich auch spielen. Oh. Was ist denn jetzt hier? Passt ja. Clipsy ist da. Hi. Ist der leise? Ich würde nur leider beschädigen, dass er nicht klappt. Ich würde dich wirklich nicht. Also, es ist sehr, sehr leise. Ich würde nur leider sagen, dass es gerade nicht klappt. Ach so. Ich kann ja später spielen. Okay. Ciao, ciao. Hätte ja auch gar nicht reinkommen brauchen. Das ist ja eine Granate. Nein, ich nehme jetzt nicht an. Du hast vorhin einfach verlassen. Wir waren vier Leute und du bist rausgegangen. Warum soll ich denn jetzt da annehmen? Ich brauche Leute, die mit dir mal auf das Zende spielen. Oder schreib mir mal rein, warum du verlassen hast. Nein, deswegen. Außerdem bist du gerade mitten im Game. Mhm. Man hat 26 Leute über den Spielsquad. Warum würdest du das Sport verlassen? Sollen wir vielleicht doch lieber Battle Royale spielen? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, wer das für mich einsteht. Ich nicht. Dann kann es ja nur der andere sein. Ja. Also wie gesagt, meine Beitragsanfrage ist ja immer, meine Beitragsanfrage ist ja immer, meine Beitragsvoraussetzung ist immer einfach das letzte Short zu schauen. Deswegen hoffe ich, dass der Secret Reason mir jetzt das letzte Short nennen kann. Ich war heute auch mal aufständig, das einzustellen. Einmal, und ich schmeiß dich auf. Das ist doch der Reppler-Klein, oder? Ja, kann man eh nehmen. Jetzt geht er wieder raus. Rein, raus, rein, raus. Leute, Leute, Leute. Haha. Das ist ja wirklich mutigativer. Ja. Was spielst du denn, was bist du für ein Rang? Äh, ich bin quasi ein 2. Ja, okay. Ja, was ist los? Hast du eine Bock, nur ohne mitzuspielen? Du bist grad live übrigens. Ja. Ja, kann ich machen. Der Skin sieht irgendwie auch cool aus, den du da hast. Nein, 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 bitte den anderen. Der andere war cool. Nein, bitte nicht. Bitte nicht den, lieber. Ey, der war doch eben cool, den du da hast. Das ist. Ich glaube, ich muss alles mit seiner Entschuldigung. Boah, Vivitan ist da schon, der zu spüren. Oha. Ja, die ist schöner. Apredite sieht so gut aus. Der eine ist drin, aber ist nicht drin. Seht ihr den vierten? Seht ihr vier Leute? Ich sehe nur zwei. Ich sehe drei. Du siehst drei. Ja, also mit mir selber bin ich auch so drin. Aber der andere ist schon drin. Seht ihr den? Nein. Ah, Kim Paulus kommt auch rein. Ja, also in der Gruppe ist er schon. Guck, hat man zu viel. Guck, der steht hier drin. Der steht schon drin. Ich sehe gar nicht. Ich muss nur was kann meine Mord zurücksetzen. Ich verstehe nicht. Hat er eine Bambusleitung. Hast du eine Bambusleitung? Komm rein. Kim Paulus ist auch gleich da. Sehr schön. Was ist denn gleich? Acht Uhr oder ihr? Gleich ist erstmal viertel acht. Ja, ne? Meistens kommt er um acht? Ja. Anasia, ich nehme jetzt nicht an, weil du bist vorhin aus der Gruppe rausgegangen. Ich weiß jetzt nicht, was ich mit dem einen machen soll, der nicht reinfommt. Der ist aber schon offiziell drin. Ich komme sofort wieder. Ach, nee, ich habe es gerade anders gemacht. Das war ja komisch. Ich bin wieder da. So, jetzt sind wir vier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Der eine hat richtig Scheißhäte. Ja. Der eine hat richtig Scheißhäte. Ja, das Problem ist halt, ich habe ihn ja selber schon am Anfang immer so genannt, weil ich es einfach nicht konnte und jetzt hat ihn ein anderer auch so genannt und er hat dann gleich verlassen, obwohl wir hätten die Runde locker gewonnen. Vielleicht haben wir sie sogar gewonnen, ich weiß es gar nicht, aber... Soll ich es noch starten? Ja, ist schön. Auf jeden Fall hat er dann deswegen verlassen und das macht ja keinen Sinn. Also wenn man weiß, okay, man verliert die Runde nicht wirklich, dann okay, meinetwegen kann man machen. Aber dann aus dem Grund zu verlassen, weil, also da will ich nicht wissen, wie die Leute sich hier teilweise beleidigen, in Eustrius und sonst irgendwo. Man kann sich ja gar nichts mehr spielen, dann müsste ich ja auch alles noch nicht verlassen. Kannst du bitte Midas spielen? Midas? Ja, den hast du weiter oben. Ey, das können wir ja eigentlich mal einführen. Das könnten wir eigentlich mal einführen. Wer eine Donation da lässt, daraufhin ändere ich meinen Skin. Das wäre doch cool. Aber das machen die meisten nur bei TikTok oder so, ne? Äh, dieser Anajaz hat geschrieben in den Chat, dass er gemeint wurde. Ja, aber weißt du, wie er beleidigt wurde? Er wurde halt ananlass genannt. Und ich habe ihn auch schon auch... Man muss ja so nicht rumheulen, was ist das Ding mitbringen, Mann. Ananlass genannt. Ja. Also ich lasse dich demnächst irgendwann wieder mitspielen, aber jetzt warte man nicht, okay? Hey, ich bin gleich in der Runde drin, aber wieso seid ihr noch in der Lobby? Ne, wieso ist nicht in der Lobby? Ja, ich bin doch nicht. Ey, das wär's doch, Leute. Ich ändere mein Skin, wenn In the Donation da ist. Aber ich weiß gar nicht, wie viele Leute das können hier. Also bei TikTok können das ja alle Leute, aber hier bei YouTube nicht so viele. Also ich würde zum Mount Olympus gehen, ich mag ihn schon. Den finde ich optisch so schön, bevor der irgendwann mal wieder weg ist, würde ich den mal ausnutzen. Ja, ich würde... Diese dunkle Welt mit dem grühen Wasser, die ist zwar praktisch, aber die ist jetzt nicht optisch schön. Ich finde bei... Bei... Okay. Nur bei Uwe bis zum 2.0, das ist richtig und nicht 2.0. Ja, bei manchen ist es mal so, mal so, ne? Wenn man da dort steht. Ich bin zwar unterschiedlich, manchmal höre ich manche Leute gar nicht was. Ganz leise so. Ja, gut. Ich bin ja, ich war gerade 8 Stunden im Gym. Was? Ja. Alter, wenn ihr die Piste bekommt, ich finde ihn. Du warst 8 Stunden im Gym. Ja. Ja. Ey, nach einer halben Stunde bin ich schon müde und erinnert dann, äh, nicht die Krise. Ich hab halt... In welchen Lage spielen wir, Junge? Wir sind nur Bod, what the fuck. ich bin doch froh kommen wir gar nicht außer dass der Profenspieler aber er ist halt noch ein Wacht oh der hat den FCS weggegeben ah das sehe ich nicht nein hallo das ist mein Gedusch schön dass du dich zurückgehalten hast dass du dich zurückgehalten hast oh oh jetzt habe ich die Spalte oh er ist geläftet der arme oh fährt einer mit der Seilwand den würde ich mir doch gerne mal holen soll ich den mal ran ziehen Leute oh ne das ist echt noch Hilfe ne der eine ist weggeflogen toll den anderen habe ich mit den Ketten mal getötet ich habe noch nie einen Ketten getötet ich auch noch aber der ist nicht eng ich glaube der ist gar nicht weggeflogen komm mal her ich kann einen Strömer ich bin ja einfach alleine ich habe mich verguckt ich habe mich verguckt bitte vielen Dank ey hast du meinen Skin geklaut hier kommt einer geflogen hier fliegt einer doch das war der das war doch ne echte hier ist ein Gegner hier ist ein Gegner Leute ich bin ja ich bin ja easy hab ihn erst tot danke ich hab ihn aus der Luft getötet ey ne ich bin absolut scheiße im dritten Tag nach der Season ne ich bin Elite jetzt bin ich nur noch Diamond 2 was da bin ich noch die Fresse gekommen ey ich hab nur noch gegen QC schwergeschritt die haben mir so viele Quad hätte jetzt in die Fresse gedrückt ich hab nichts mehr gesehen ich bin immer noch Diamond 3 und Diamond 2 ich bin ja im zuerst Spiel ist aber auch nicht so ich bin ja nur noch du bist du das Medajon take'n ich brauch keins ja ich wüsst auch nur take'n fürs Medajon aber es ist alles nicht halt angeschoppen ich bin doch ich schmeh mir das mal mit ich will diese Ketten gar nicht spielen diese Hardes Ketten will ich eigentlich gar nicht spielen die sind können wir jetzt schon mal oh meine Controller hat ne Macke es ist auch klar wenn wir so schlechte wegen haben wenn wir eine 34 ja tatsächlich ist es so dass ich spiele mal mit verschiedenen leuten und ich mir auch gut vorstellen kann das deswegen manchmal sobald ich gehe mal zu sehen und dann engagiert ja bitte stoppen hatte ich eigentlich nicht vor aber wenn dann holst du mich ja wieder oh das ist die stadt suche ich dachte gerade hier sind zwei gegner mit mit dings die stadt suche vor mir ja was machst du denn acht stunden im gym das freilich habe ich habe euch schon handel gemacht muss ja aussehen wie hier ich bin der beste ich bin der beste ich bin der beste aus der lobby und woher machst du das fest also prinzipiell gebe ich dir ja recht jetzt kommt aber du hast ja gesagt du bist in die litte wieder abgekrankt äh in den dings wieder runtergefallen runtergefallen ich bin nur solo unter dem körper was du es ich spiel kein du es aber team ne also bei null bauen rank spiel ich tatsächlich einzeln separat spiel ich da mit bauen und bei mit bauen spielst du mit anderen ja spielst du mal schon mit dommers ist richtig absolut richtig habe ich doch letztens der war gestritten wo ich hier ist gespielt habe ich nicht so da hast recht aber null bauen bin ich ja viermal zwei und und rocket rocket racing bin ich champ ja 20 hab ich den kick geklaut ja das tut mir gar nicht leicht ich bin okay ja ich muss mindestens eine 10erbomb machen damit ich überhaupt ein Video hochladen ja ja eine 10erbomb die kam es doch kein Video mit einer 10erbomb machen wo es eine Box sind ne ne am Ende kommen ja ich weiß es nicht nicht mehr ich hab jetzt schon acht 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 oh ne gib mir mal eine eine kannst aufteilen wie viele Käse hast du ich rennen ich hab neun ich hab acht für dich hässes Pappi 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 ich hab so ein bisschen gespickt ich hab so ein bisschen gespickt ist schon nicht ist doch gerade irgendwie Wolken gewesen ich hab doch jeder ein ganzes Team aufeinander gehen oh man hör auf da sind Bot Junge oh da hinten sind aber echt die Gegner da kann ich jetzt einen Timing mal oder mach auf das sind echt die Gegner ja auch nein du mein jo nein 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 noch eine echt aber die haben gerade gestaubt das auch die haben hier das Zeug aufgegangen wirklich glaub mir ja das ist genau so die sind einfach nur schlecht die sind einfach deine Gegner die sind grad bei Hades oder wie der heißt eben wie heißt er mit den Wölfen die blitzen da gerade rum sehr bewusst ja genau äh das Regiegegner, Botkin kein Dings anmachen Uff, ich bin grad auf dem Gehen irgendwie müssen da nicht die Gegner sein ja, ja, seht's auch ich hab die mal angefightet 116 wir pushen ich hab gebläst man, ich bin hör auf, bitte du bringst mich damit fast um nein, ich hab extra nicht so hoch er haut ab hier, er spielt mit diesem Wasserdun er ist wild, er ist wild hör auf rum zu schreien aua, aua nein dein Ernst Uff, soll ich's sagen, ne er kriegt nichts ich glaub ich geh wieder auf, ne oh, hier kommt noch ein Gegner nein, muss nicht aufgehen ich hab jetzt kein Problem noch mehr ey, wer hat mich gerade gesnipt ähm, der andere ist, oh ist, oh ist, oh, Robby ja ich hab mich überwoten ich hab mich überwoten nein das ist die Karte ich hab mich überwoten ich kann, nein, ich hab mich überwoten ich kann, nein, nicht die Push-in nicht helfen gehen, Digga, ist es einer das, das, Sven Sven, sag was der soll abhauen der eine muss abhauen und uns zu wiederholen Digga, du musst wiederholen ich bin das Auto warum gehst du mir zu Liebe vorfahren Sven, ist es Digga, hol mich doch ja, hol den erstmal, geh weg und hol den er hätte mich in der Tone nein, warum holst du mich in der Tone da ist gar kein Mensch mehr warum gehst du nicht in Fancy warum gehst du jetzt in den Motiv da ist einer, da ist einer gewesen da wurde einer gerebootet aber wenn du jetzt tot bist, ne dann sind wir halt auch alle tot das Ding ist, ich hab dreimal Hits kassiert 40er wegen deinem Blitzen weil sie mich jedes Mal, weil du mich jedes Mal runtergeschossen hast und der Typ irgendwie das krasseste ARM und das perfekte Timing in seinem Leben gefunden hat, um zu schießen nein nein ich hab in dem Moment auf den Boden geschossen das kann ja nicht sein, dass ich Mutter geschossen habe genau, genau doch ich bin grad hochgegangen und ich hab mich nur noch zu befestigen und da es die eines der getroffen hat, ist das alles kaputt gegangen passiert du musst da weg da komm der Gegner hau ab, hau ab hä, was war er denn er dreht sich im Kreis er dreht sich immer noch im Kreis er dreht sich immer im Kreis hau mal ab geh mal Richtung Wasser wir versuchen uns einzusammeln uns einzusammeln da leise es ran nein, ich schweite in den anderen ja, du tot muss da weg außer ich fick das ganze Team jetzt ja ok, genau, was hat auch so ein Aim? er muss sich bewegen, nicht immer gerade laufen nicht immer gerade laufen net oh mein Gott, wenn ich euch jetzt bumse, ne? ich schweiß ich schweiß ich schweiß ich glaub wir sind tot da leise es war ein Bitter es ist voll zum Rutspielen ja, das stimmt jetzt, wir haben 31 Kills und äh verkacken es vielleicht noch leider das war es nicht, ich kann nicht mehr, ne? ich komme sofort oh mein Gott oh mein Gott ich muss versuchen uns einzusammeln und nicht zu feiern ich geh da runter und descht dich nein, ich muss es jetzt einfach sagen, Sven, wenn wir nämlich danach gekriegt sind scheißegal, was hast du die ganze Zeit gemacht? ich muss es fragen wir waren überall ja, Sven hat sogar gecallt, wo wir hingehen du bist ein fancy, was machst du ein fancy? wie meinst du denn? ich mein, diesen FC Robby er war ein fancy wir haben doch keine was macht er ein fancy? was macht er ein fancy? da unten lass sie doch in Ruhe er hat nicht mal einen guck ihn dir an, guck ihn dir an er hat nicht mal irgendwas das war echt demnisch das war echt demnisch das war echt demnisch er soll uns holen und was macht er fightet das ist so ähnlich wie Linestall gestern Linestall hat gestern drei Karten gehabt, ne? alle drei eingesammelt ja, aber wie soll ich denn machen, wenn seine Karte da liegt und Gegner sind? du hättest uns erstmal einen dann wärst du zuerst Sven deine Karten holen können, Digga es wäre an einer Tick, Digga du hättest durch das Wasser ge- ja, naja vielleicht ist er beim nächsten Mal schlauer das ist auch ein Strategiespiel, Leute und das war keine gute Strategie ich kann nicht grüßen David David alles warum heißt du alles? ich kann nicht grüßen das ist ja ich kann nicht grüßen ne ist er schon drücken Spreis, Venom Hi was geht was geht was geht so? Ach, wir haben gerade keine gute Runde gehabt, die hat mich müssen erfen. Guckst du? Ja, das war echt nicht so schlau. Egal. Passiert. Ich habe meine Krone verloren. Wir besorgen uns eine neue. Wir besorgen uns eine neue. Ich habe gehört, du spielst kein Duo. Ich spiele auch kein Duo. Guck nur gerade, wer so reinkommt. Hast du mein letztes Shot gesehen? Ach, du warst ja schon mal ein Ufler. Ja. Aber ich kann es dir auch noch mal sagen. Ja, alles gut. Alles gut. Alles gut. Also Leute, wenn ihr wollt, dass ich mal einen anderen Skin anziehe. Kann ich machen. Wir müssen natürlich eine Donation machen. Was ich so habe? Ich zeig dir mal ein paar von meinen Favorite Skins. Aber ich habe noch viele, viele mehr. Also die hier finde ich richtig geil, die habe ich eigentlich noch nie gespielt. in der letzten Zeit. Ich habe noch nie gespielt. Ich habe noch nicht gehört. Ich habe noch nicht gesehen. Ich habe noch nie gespielt. Ich denke jeden Tag dran tatsächlich, ob ich den spielen soll oder nicht. Und ich entscheide mich immer noch dagegen. Hier kommt bald Teil 4 raus, ne? Bad Boys. Bad Boys, Bad Boys. So, was ist eigentlich hier los? hat er nicht gerade mitgespielt ich spule mal zurück er hat nicht mitgespielt dann kann er rein ja muss jetzt nicht sehen copyright denkt man hat gerade jemand so in der party an geladen habe ich gehe nicht rein oder kann ich kurz machen machen ja aber ich bleib noch eingeladen er schickt weiter zur Anfragung aber Oh, shit, ich muss nicht wieder raus. Ich glaube, ich muss das einfach mal zu machen, dann habe ich doch schon weniger, was ich mal durchgucken muss. Du musst einfach mal einladen, die alleine in der Lobby sind. Ja, ich habe gerade durchgeguckt, aber die meisten stehen gerade irgendwann. Ich habe eigentlich schon aufzunehmen. So, einer kann noch. Einer kann noch mitspielen, Leute. Ja, bei Bossy habe ich vorhin eingeladen. Der hat mein Short bestimmt nicht geguckt. Kannst du reden? Ja, dachte ich mir schon fast, dass du es nicht gesehen hast. Ich habe doch immer jetzt im Stream stehen, wer mitspielen will, muss mir einfach mein letztes Short nennen, aber ich habe dich ja gerade eingeladen. Ich spiele DLP, ja. Ja, so ähnlich. Ja, Dominik und ich haben die Plätze jetzt noch auf der Nüte gewischt, ja. Ja, das stimmt. Ne, Champ bin ich sogar gewonnen. Ich habe Champ geschafft. Aber wir schwimmen bitte nicht mit dem anderen. Ne, 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 ne. Das hat mich auch jetzt gerade gelernt. Ich habe kurz mein Freund gesagt, dass er den live schauen soll. So, jetzt sind wir vier. No Winnie. No Winnie, hörst du uns? No Winnie, du kannst uns noch hören, ne? Ich bin gerade live auf YouTube. Du kannst ja mal gucken, meinen letzten Short vielleicht angucken und mal kommentieren und liken, da würde ich mich sehr freuen. So, jetzt müssen wir uns unsere Kronen wiederholen, Leute. Ich habe keine Kronen mehr. Ich brauche eine Kronen. Ich auch. Das geht ja gar nicht ohne Kronen. Was war das höchste, wo du im Gym warst? Paulus ist in deinem. An Zeit. Hallo? Ja. Moin. Sven. Mach dich leiser, Norwe. Nein. Doch. Ach, jetzt kann der Norwe doch reden. Ja. Der ist gar nicht so laut. Aber weißt du, was er gerade gemacht hat? Weißt du, was er gerade gemacht hat? Sven! Ja, passiert, passiert. Sven, kann gleich meinen Freunden mitspielen. Ja. Wenn ihr mir sagen könnt, was mein letzter Short ist, könnt ihr mitspielen. Ich muss nur mein letzter Short gucken. Ähm. 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 Weiß ich gerade nicht. Na, guck mal nach. Sven, wenn... Irgendwas mit... Da hat's für die Flügel dabei. Das weiß ich auf jeden Fall. Ich hab für die Flügel dabei. Ja. Ich hab für die Flügel dabei. Ich hab für die Flügel dabei. Ich hab für die Flügel dabei. Ähm. Sven darf mein anderer Kumpel gleich mitspielen. Aber es kann sein, dass er und ich ab und zu mal nicht reden, denn wir haben gerade nur ein Headset. Ist er im Zimmer oder was? Nein, ich schaff bei ihm. Und das Problem ist halt, er hat nur ein Headset und deswegen können wir nur ab und zu reden. Werner hol mal dein Switch Headset. Okay, wir können zusammen reden. Was soll er und ich? Sven, wie geht's dir so? Aber er kann ja so lange machen. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Und dir? Ja, mir auch. Hab mir schöne Geschenke. Machst du grad wieder live? Ich bin immer live. Ich hab gesagt, ja. Mein Live-Geratz drauf. Ja. Ich weiß aber grad nicht, was dein letztes Short ist. Wenn die letzte Runde gut ist, dann mach ich da sogar ein Video drauf. Oder so. Ja. Du hast halt immer so, wenn deine Live-Streams gut werden, lässt es hoch. Ja, wenn das so. Ja. Wenn das so. Wenn ich dann lässt es halt einfach so. Wenn ich lande da unten, nicht, dass ihr dann denkt, wo ich bin. Also soll ich jetzt mal ein Leben schwitzen? Schwitze mal. Ja. Auf mir schießt schon niemand. Wenn ich diese Dinge hab dann nicht. Wenn. 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 Deswegen spiele ich grad auf Switch und hab mit meiner Auti Skins. Oh je. Ich spiele das da. Ich muss dann sehr gerne drauf. Ja. Ich hab mein PS4 Account schon mal mit meiner Switch verbunden. Weil ich die PS4 nicht mehr brauche und jetzt hab ich halt PS5 bekommen und konnte mein Account nicht mit der Switch verbinden. Ja. 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 Und deswegen hab ich noch meine Switch auf die Skins. Ist ein Gegner, hier Gegner, Leute. Na, beruhig dich. Ach, auch schlecht. Ja, mein Freund hat aber ein Live-Stream. Auch schlecht. Für mich sind auch grad zwei und ich kann nix machen. Doch. Du kannst reiten. Dann stirb. Ich hab nur den Glitz. Ich hab nur den Glitz. Ich kann auch nicht mal in drei Sekunden hin. Fünf, fünf mehr. Er hat nur Blitz, ne? Hab schon mal zwei. Hab schon mal zwei. Ja, was sind so Bots? Wer hat jetzt nicht wie der andere, ne? Hab den dritten, hab den dritten. Ich hab drei. Ich muss noch einen holen. Ich muss noch einen holen. So ein schlechtes Hellset. Ich höre das doppelt, was er schießt, ne? Sven, hab ein ganzes Team, hab ein ganzes Team geholt. Ja, brem mal locken. Atme. Atme. Ich atme. Ich atme. Sag immer so. Ich sag immer so. Ich bleib nicht mal zusammengespielt, Sven. Ja, ich sag immer auf deutsche Quatsch. Ja. Du bist richtig laut, Norwini. Einfach. Einfach spielen, genießen, bisschen Spaß haben, aber nicht. Ich brauch mir keinen Spaß. Wasserfall brauchen wir jetzt nicht. Ja. Ja. Was hörst du, was wir im Gym waren? Waren 13 Stunden ungefähr. Ich hab einfach ganzes Team direkt ausgeschalten. Was ist denn dein Ziel? Was ist denn dein Ziel? Ja, muss denn doch. Ach, ich... also... Na ja, egal. Ich mach... Ich mach Boxen und Fiji. Ich mach Boxen und Fiji. Bruder, wie weit seid ihr weg? Ja gut, das ist natürlich zeitaufwendig, klar. Ihr seid gefühlt in Afrika. Ja, dann wärst du bei uns gelandet. Ich hab dir gesagt, wo wir landen. Ja, aber das Problem halt. Mich hat zum Gegner angeschossen. Ja, darf man Boxen. Ich hab's gesehen. Dann spüren wir. Ach. Sven, komm mal her. Warum hast du immer so nervige Fidschrauber, wenn ich das jetzt fahren darf? Was? Ich spiel mit... ich spiel mit jedem, der reinkommt. Also ich urteile da jetzt nicht drüber. Wer ist mir? Ich urteile da jetzt nicht drüber. Wie jemand so drauf ist. Das kann ja jeder machen. Aber er sollte... Er sollte mal drauf hören, wenn wir sagen, er muss wegen der Pantel, dann sollte der Pantel gebrochen. Das wäre schön. Adrian, Sven ist grad live. Wollen wir jetzt zugucken? Kann kurz... Ich glaube, wir müssen bei dir gucken, der... Guck mal, dein iPad, ich fühl's super gut. Habt ihr die angegriffen? Ja, ich auch so gesehen. Ich will live zugucken. Sven, ich... Ich und meinen Freund gucken jetzt live aus. Jaaa... Bleib doch mal locker. Mensch... Ja, ich freu mich so, dass ich wieder mit dir spielen kann. Mann, hör auf zu schreien! Du musst wissen, du schaffst grad das Gegenteil. Siehst du? Ich will doch mit Leuten spielen, die mit dir Spaß haben und so weiter, ne? Aber wenn du zu überdreht bist, ne? Das will ja keiner hören. Ja. Dann schaffst du dir das Gegenteil. Deswegen sag ich dir in Freundschaft, bitte... Ach, du spielst du sonst nicht mal mit mir? Nein, ich wollte nur sagen, wenn du nervig bist und ich dann nächstes Mal deinen Namen lese, dann überleg ich mir vielleicht, ob ich das annehmen würde oder nicht. Das ist ja nicht böse gemeint, sondern... Ich verknüpfe dann automatisch... Okay, okay. Okay, der war nervig. Dann nehme ich vielleicht lieber den anderen. Ich... Okay, ich bin... Ich... Ich mach's nicht mehr, ja. Versprochen. Gut. Glaub ich zwar eh nicht, aber egal. Doch. Ich glaub dir kein Wort. Ich glaub, das ist einfach in deinem Gehen. Manu, dort... Ah, du hast mich nicht gefragt. Egal, da ist ein Vicky. Ich kann mich erstmal fett saufen. Ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch nicht so ein gutes Thema. Wisst du, wie man den Vicky nennt? Was sagen? Warte mal, die Lieder an den Snipers, wenn du sagst für mich Bescheid. Bescheid. Ich hab die grad da hingeschmitten, die wieder Snipers. Seltsam. Ich hab eine Kanone. Ich hab die nämlich rausgebracht. Sven? Yes. Hast du Sniper-Munition? Ja, ich hab aber auch einen Sniper. Also ich hab 21 Schuss, wie fährst du? Ach so, ja, ich hab 25. Wo war ich noch? Ja, wenn du 25 Schuss hast, warum fragst du mich nach Munition ernsthaft jetzt? Ja. Bro, hör auf, solche unsinnigen Sachen zu machen. Ja. Sind wir wieder bei dem Punkt. Ja. Wo würdest du uns, Sven? Ist mir egal. Oh, ich. Ich wollte dir einfach. Ich will einfach irgendwo geschossen werden. Na dann. Oh! Sven, du bist mal genäht, ne? Ich hab' ihn. Du bist für mich mal genäht, ne? Ja, ist doch gut. Ich sag's dir, du sagst schon, Gegner auf einmal von Gegnern zu schießen. Ja. Aber du musst halt auch was dafür tun. Also im Endeffekt musst du einfach auch mal mobil sein und in der Luft sein, finde ich. Adrian, kannst du das hier instellen irgendwie? Ja. 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 Ich guck mal halt nur Leute an, so die Beste sind, dass ich würde schnell was von den abdrücken können. Ja. Und die Leute wollen ja mit Sicherheit wenigstens ein paar Kills sehen. Die wollen ja nicht, dass ich hier rumschimmel oder so, ne? Ja. Und das hab ich immer nicht verstanden, warum der so loszieht. Aber dann irgendwann bin ich ein bisschen besser geworden und dann hab ich das auch gemacht. Digga, du fliegst schon wieder in der Kontrolle? Ich glaub es hat... Was ist ein Fischboot, ne? Ich hab ihn mir mutig verwacht, ey. Das ist los. Ey Ben, komm mal jetzt zu uns, ja? Wo ist er eigentlich? Ja. Irgendwum, nirgendwum. Wieder andere. Guck mal, wo er ist. Ich kann wenigstens schnell kommen. Ja, dann los, hopp. Da vorne. Da sind Gegner. Na, ja. Ich hab jemand schnell kommen und? Ich bin nicht mehr bei uns. Ich bin nicht mehr bei uns. Ist das jetzt wieder, der fragt die 25? Nein. Aber jetzt ist er bei uns. Nein, nein, nein. Aber jetzt ist er bei uns und fragt uns die Sparbar-Münste. Ey Ben, ist entdeckt nur. Ja, hab ich nicht mehr bei uns. Wenn du stirbst, fimmst du da. Dann gehst du da hier rein. Mann, was hast du für einen Schneider? Was hast du für einen Schneider? ich habe die lade gegen die lade ich habe ohne ich habe ohne ja ich habe da eine gründe vor uns wird geschossen ich liege mal hinten die sind wieder da wo wir eben die ganzen bots getötet haben ist ein save auch gelobt kannst du mich mitnehmen ja, würde ich da würde ich unterschreiben ich habe ein abbo ich bin hier allein Nein, aber warum ist das? Da unten rein. Ich will doch Kills machen. Ich hab aber nicht das hier da hinten. Du bist da unten da oben. Oh mann. Ja, das ist ja auch ein bisschen aufgeregt hier. Hast du ihn? Ja. Hab hit, hab hit. Oh mein Gott. Ey, ich spritte zu seiner Karte. Achtung, der ist gut. Pass auf, das ist ein Mühegegner. Wo, wo, wo ist der? Ich geh mich mal kurz heilen, Leute. Brauchst du ein bisschen Heilung? Ich brauch jeden Fall Heilung. Seid leise, ich muss kurz gipschen, danke. Du musst mich mal kurz heilen. Du musst mich mal kurz heilen. Ich meine nicht. Seid meine Karte wird auslaufen. 2 und 4 Sekunden. Ja, echt mal. Ich geh nicht geh hin. Nein, du gehst da nicht hin. Wenn du dahin gehst, ne? Ich schwitte bei Gott, ja. Nein, warte, warte, warte. Ich hoffe nicht. Sag was. Sag was. Sag was. Wir gehen jetzt. Nein, warte, chill, chill. Wenn du stirbst. Wenn du stirbst. Ich will Ben seine Karte. Ich stell dich vor deine Karte und lach dich aus. Wo sie sich in die Karte sind. Wo sie sich in die Karte sind. Wo sie sich in die Karte sind. Er hat die neue Waffe. Er hat die neue Waffe. Er hat die neue Waffe. Er hat die neue Waffe aufgefahren. Ich will nicht dein hier hin. Oh mein Gott, wir gehen da hin. Daniel geht da unten, ich hab alle gecrackt und einen down So jetzt ist Blitz okay, jetzt ist Blitz okay Da ist noch einer, der ist unten Da kommt noch einer von rechts, kommt noch einer von rechts Danke für den Call Achtung, auf den Dach Ich hab keine Blitze mehr Mach Maus Oh mein Gott, ich hab ihn nicht gesehen Leute, hört auf euch an zu kacken Ja sorry, aber Belly riecht mich dazu auf Ah nein Geh links lang, geh links lang Ja, hinter der Bicke, geh einfach runter, du hast ein Mettgetein Ich guck mal jetzt erstmal auf die Entfernung Ja ja, alles gut Ich guck mal, dass ich noch ein paar Mettgeteins kriege Es war ein ganzes Team, ich hab drei davon genug, dann kommt das andere Team, ich hab zwei davon geholt Nach der Runde Ich kann nicht mehr auf die Entfernung Meine Karte ist nicht aufgelaufen, das ist wenn Das ist scheißegal Ich sag mal so, im Endeffekt, selbst wenn wir das gewinnen, kannst du ja maximal eine Krone haben am Ende Jetzt hast du grad keine, das ist mir nicht so Sag mir bitte Bescheid, wenn ich mir was nehmen muss, ne Jojo Nicht, dass ich da Lässt sogar fünf abkipp Ich sag ja wann er was nehmen muss Nicht, dass ich Jetzt nur noch drei Gegner flennen Echt? Oh Ja Okay, ich nehm mir jetzt was Wohne sich haltet Wohne sich haltet Und jetzt ist ein Pfiff zu kriegen, glaub ich Alles gut Alter, wenn jetzt mein Bot an dem scheiß Huhn stirbt, ne Ähm, nicht mit dem Jumping Team Warum muss ich Ey, bitte holt meine Karte Ruhe, Ruhe, Ruhe Ruhe jetzt Im Haus Ruhe jetzt Im Haus in einer Box Hallo, ich hätte gerne mal eine, eine, einen Schießburger Ja, und, und, und Ey, wer labert denn da so'n Scheiße? Ich mach Schroger Pommes, ja Wer labert? Nee, der Ende ist, wenn du kickst die nach der Runde Hol die Bies Ja, ich tausch ja eh durch Deswegen Du kannst mich sogar noch mit Buchen Ja, 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 mach ich da auch Mach ich da auch Mach ich da auch Ja, das ist auch für mich immer ein bisschen heikel Sven Weil, wenn man drei Leute hat Und die Buchen will Dann sollte man keine Fehler machen, ne Sven Ja Darf ich nach dieser Runde noch eine, noch zwei, drei Runden drin bleiben? Nein, nein Ich tausch immer durch, damit alle meine Chance haben Darf ich nur noch diese, nach dieser Runde noch eine Runde drin sein, weil da ist auch mein Freund drin, bitte Nein, nein Dein Freund kann doch ganz spielen für dich Was ja eh kein Hitze Der spielt ja auch Der spielt ja auch Doch, wir haben zwei Wir haben mit Wir haben mit Nein, nein nicht Jeder spielt eine Runde mit Wenn der Freund mitspielen will, dann kannst du nicht mitspielen Wer hat jetzt mit dir geredet, richtig keiner Ich habe mit Sven geredet Also heute Ich hatte dir schon geantwortet Ich hatte dir schon geantwortet Mensch Ich weiß das doch noch gar nicht, wer alles mitspielt gleich Ich lasse erstmal die Leute raus und dann gucke ich mal wer kommt Ich habe Sven, Sven, Sven Immer mitspielen, wenn ich viererteam spiele, weil der hat quasi sich eingetauscht Das biete ich ab nächsten Monat auch gar nicht mehr an, weil ich besser tauschen kann Weil ich festgestellt habe Und wenn ich mach und wenn ich dir Geld gebe dann Hast du gerade zugehört? Er macht das nicht mehr Ich mache es nicht mehr, weil da kann ich weniger Leute reinlassen Deswegen würde ich das nicht mehr anbieten nächstes Mal Verstehst du das? Und wer manchmal zwei oder drei Runden jetzt spielt, der King Paulus zum Beispiel Hat bei mir Startrecht, weil ich mit dem zusammen streamen Ich habe mich mit dem zusammengeklassen Ich habe auch Startrecht bei dir Weil Bossi ist gut, der darf auch öfter mal mitspielen Aber auf ihn tausche ich mal aus Also einfach mir eine Anfrage schicken Nicht so viel quatschen, nicht mitspielen und gut ist Verstehst du das? Sven, wenn ich bald mal streamen, können wir uns auch zusammen machen? Ich glaube nicht Schade Es sind zwei erwachsene Menschen Ich kann nicht mit so vielen Leuten zur selben Zeit streamen Wie soll das gehen? Es sind ja maximal vier Plätze Sven, wie alt bist du? Ich muss hier klar sein Sven, wie alt bist du? So was fragt man einen älteren Menschen nicht So was fragt man einen Menschen nicht Hat Sven nicht gesagt Du sollst sich die ganze Zeit Sven sagen Du sollst ja mal ein bisschen ruhig spinnen Er merkt es nicht Er meint es ja nicht böse, glaube ich Aber er merkt nicht, dass er Nö, ich hab Fragen Lass mich nicht meine Fragen stellen Aber es wenn wir nicht deine Fragen immer beantworten Sven, wir in Ruhe zocken mit seinen Zuschauern Reden den Chat beantworten Ich hab gar nichts gemacht Pass auf, ich beantworte auch die Fragen locker Überhaupt kein Problem Aber du bist ja nur am Die ganze Zeit nur am Wappel Seid du mal leise Ja Ich hab einen anderen Account Und da hab ich Digga, hab ich mir Lambo gekauft Kick ihn bitte, kick ihn bitte Kick ihn bitte, kick ihn bitte Kick ihn bitte Noorsgruppe Runde Ach, 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 ach Ich bin nicht schwimmen Hast du noch da schon? Ja, ich hab nur halt geschwimmen Aber er hört ja einfach nicht zu Er hat zwar Fragen, aber er Ach man Er kippt mich die ganze mit Auto weg, du tja Ich weiß nicht warum er das macht Er verkackt's gerade Und dann gucke ich ihn ja auch spielen Jetzt verkackst du uns auch noch dein Kuchen Oh, da ist einer Da ist hier hinter uns Und ein 21 Oh, ne, das war scheiße Ich seh Ne, das war nicht scheiße, weil ich dachte, er werde ich mit dem Auto wegschießen Da kommt noch einer 120 Hä? Die kann ja mich jetzt gerade verletzt haben Ok, wir müssen move'n Die müssen move'n Ach, gut Scheiße Fünfertigst Fünfertigst Alles gut Nix ist gut Nix ist gut Ähm, hast du Sniper-Mulik schon? Äh, ja Dankeschön Mühli hast du nicht mehr, oder? Ne, ne, ne Ich hab' grad' Ich hab' drei von diesen Typen auseinander, genau auf diesem Team, ne? Das waren vorhin die Typen, die und die vier zusammen Die anderen sind tot, oder was? Ja Ja Das ist noch ein, drei Ne, es sind zwei Team Pass auf, muss noch irgendwo einer rumziehen Da oben ist einer Da oben ist einer Ja Okay, die kommt Oh Mann, der ist aufwärts zu beleidigen Dankeschön Null Du musst es alleine holen Oh Ich kann ihm nur Waffen geben, mehr kann ich Hedge of the dead Der unten ist einer, beim Weißen im Schnee Das ist gut Ich kann nicht markieren, aber der läuft grad in die Richtung, Richtung Motorrad Kannst du noch runterkommen zu mir? Nein Schade Hier ist noch einer Geil Ich werd' gefinished Ne Das ist gut Komm Da kommt noch einer hoch zu dir Ich kann dir Mets geben, wenn ich sterbe Das ist gut GG Stark gemacht Sehr gut Stark gemacht Er hat sich beleidigt, ne? Ich hab' ihn nicht gehört Ich weiß nicht, warum er das macht, aber er hat einfach nur noch gequatscht und er hat einfach nur noch gequatscht und er hat einfach nur noch gequatscht und er hat einfach mit uns ganz normal zu spielen und er hätte sein Kannst du ihn auf die Bandliste tun? Sein Kumpel hätte einfach mitspielen können, aber nein, er fängt an irgendwie nicht aufzuhören zu quatschen Versteht Ja geil, ich bin jetzt mal weg Rossa, ne? Hat Spaß immer Ja, mach's gut Ciao, ciao So, ich geh' jetzt mal auf die letzte Leute Ja, schönen Tag noch Dir auch, dir auch Entschuldigung Yeah, damit ist Monti духов Ja, das wäre Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.